Guten Tag zusammen. Ich wechsle total professionell die Kamera. Ihr habt es im Zoom gar nicht gemerkt. Zack, bam, habe ich sie direkt hier. Guten Tag, ich hoffe, ich werde gehört. Ich beginne schon mal mit der ungelenkten Vorstellungsrunde, obwohl der Martin Muder noch nicht da ist. Aber wenn ich jetzt einfach hier drüben, nee, hier drüben anfange, dann schaffen wir es vielleicht gerade noch, dass er von der Pipi-Box kommt, bis es losgeht. Hier drüben sitzen Alexa und Alexander Waschkau von Hoaxilla. Moin. Wunderschönen guten Abend. Sehr gut. Direkt hier, nee, das sieht negativ aus, wenn ich so mache, warte, ich mache so, sitzt hinter dem großen Schreibtisch vor dem wunderschönen Regal Lydia Benecke. Hallo. Sehr gut. Dann haben wir da den Herrn Holm-Gero Hümmler. Guten Tag. Vor dem Trainingsgerät und tatsächlich perfekt, mein Gott, für mich richtig übrigens, hier sitzt Martin Muder vor dem Elchgeweih und freut sich, dass er pünktlich gekommen ist. Hallo. Hallo. Super. Gut, das sieht, juhu, diesmal die Namen am richtigen Ort, wird hier geschrieben. Ja, ich lerne dazu und sogar das. Heute habe ich mir ein, wie man ja unschwer sehen konnte, einen besonders provokanten Titel rausgesucht. Einfach, um ein paar Leute zu ärgern. Nein. Deswegen, weil diese Diskussion tatsächlich für mich dazugehört, zu diesen ganzen Corona-Protesten, nämlich dieses Thema mitgefangen, mitgehangen. Das ist etwas, worüber ich heute sprechen möchte. Dann ist mir wahnsinnig wichtig, mal rauszufinden, wie gefährlich für alle sind denn diese Proteste? Also für mich, der ich jetzt brav zu Hause bleibe, wie gefährlich ist es für mich, dass sich da Leute zusammen auf einen Fleck stellen? Und was mich natürlich dann auch in dem Zusammenhang interessieren würde, ist natürlich der ganze Verschwörungsquatsch von Howling, Matt Jebsen und den ganzen Leuten, die da stehen, was sie verbreiten, was vielleicht der Grund ist, warum sie das tun. Und ich möchte schon auch irgendwie vielleicht eventuell noch die Kurve dazu kratzen, wie die AfD, so scheint es mir, versucht, sich da irgendwie jetzt hineinzustrawanzen, um auch das wieder in irgendeiner Form für sich zu nützen, weil das mit den Flüchtlingen momentan nicht so richtig gut zieht, wie sie sich getroffen haben. Das sind alles diese Themen, die wir unmöglich in 90 Minuten besprechen können. Darum verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um. Nein, ich möchte gerne beginnen mit dem Hauptproblem, was vielleicht, denke ich mal, die meisten von uns irgendwie umtreibt. Und die Frage richtet sich auch direkt an Martin Moder, unserem Molekularbiologen. Wie gefährlich ist denn das jetzt, dass die da alle so nah zusammenstehen und sich gegenseitig anspucken? Ich glaube, das große Problem ist gar nicht so sehr, dass die sich gegenseitig anspucken, weil einfach der Faktor draußen im Freien schon mehr und mehr ein entscheidender zu sein scheint. Positiv. Ja, ja, positiv. Das ist wichtig. Man hat ja vieles lange Zeit nicht gewusst und man weiß ja noch immer vieles nicht. Zum Beispiel, was wir sehr lange spekulativ haben, was noch immer relativ spekulativ ist, ist jetzt die Frage, welche Rolle eigentlich Aerosol bei der Übertragung spielt. Also diese ganz feinen Tröpfchen, die nicht wie die größeren über 5 Mikrometer Tröpfchen da einfach zu Boden fallen, sondern minutenlang, 12, 13 Minuten in der Luft hängen. Und da sieht es immer mehr danach aus, dass die eine große Rolle spielen. Aber deren Faktor fällt eigentlich im Freien nahezu weg, weil sie das sofort so verdünnt. Und das ist vermutlich einer der Gründe, warum bei diesen wenigen Fallverfolgungsstudien, die es gibt, man eigentlich fast immer nur die großen Ansteckungsevents in geschlossenen Räumen findet. Es tut mir total leid, dass ich diesen wunderschönen Satz, der jetzt auch mit einem Punkt endete und der grammatikalisch so perfekt war, trotzdem nochmal ein Stück zurückspulen muss zum Aerosol, weil ich auch das nur durch Zufall irgendwie mal irgendwo erfahren habe, weil ich einen Zerstäuber habe für Salzwasser. Bitte den Unterschied hätte ich gerne nochmal zwischen Tröpfchen und Aerosol einmal erklärt. Also es gibt einen Übertragungsweg, da waren Sie vor Anfang an alle einig, dass der eine zentrale Rolle spielt. Und zwar, wenn ich huste, wenn ich niest, dann habe ich größere Tröpfchen von Spucke, diverse Körperflüssigkeiten eigentlich, die aber relativ schnell zu Boden fallen in ein, zwei Minuten. Und demnach wäre dann die Gefahr auch eher gebannt, wenn jemand wo niest und ich gehe da kurz aus dem Weg und komme dann wieder zurück. Die fallen auch in einen Radius von ein, zwei Meter, fallen die zu Boden und sind relativ flott. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand niest und ich gehe da hin und ich lecke den Boden nicht ab, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass mir da irgendwas passiert. Genau, wenn es jetzt nur nach den Tröpfchen ging. Und die, weil es immer heißt Händewaschen, so viel, also diese Ansteckungsgefahr über Oberflächenkontamination, die scheint eh sehr gering zu sein. Schmierinfektion, also wenn ich jetzt einen Einkaufswagen zum Beispiel vor mir herschiebe oder sowas. Genau, also da könnte man wahrscheinlich rechnen mit, wenn es sehr hoch kommt, dass vielleicht zehn Prozent aller Infektionen über sowas stattfinden. Aber in Wirklichkeit dürfte Händewaschen jetzt gar nicht so der entscheidende Faktor sein. Aber was ein großer Unsicherheitsfaktor war und nach wie vor schon auch ist, wenn es jetzt um konkrete Zahlen geht, ist, was betrifft diese ganz feinen Tröpfchen. Also auch wenn ich spreche, wenn ich einfach nur atme zum Teil schon, dann sende ich auch Tröpfchen aus. Die aber, und man zieht da oft eine Grenze bei fünf oder zehn Mikrometer, wo man sagt, wenn die so klein sind, dann hast du andere Effekte als nur die Gravitation, die bedeutsam sind. Dann hast du auch den Auftrieb und die können sehr, sehr lang in der Luft bleiben. Eine Viertelstunde ohne größere Probleme. Mehr oder weniger an Ort und Stelle hier, wenn es nicht windet? Oder wie stelle ich mir das vor? Wenn es nicht windig ist, können die ziemlich stabil im Raum stehen. Ja, können sich aber auch verteilen im Laufe der Zeit. Und da hat man nicht wirklich gewusst, wie ansteckend die sind, weil das ist, oder ob die überhaupt ansteckend sind. Das ist auch gar nicht so leicht zu testen. Die meisten Testverfahren, die man da macht, PCR, die testen ja nur, ist Virus-Erbe-Information vorhanden, aber nicht, ob die jetzt noch aktiv ist und vor allem nicht, ob die Menge von Viren in diesen winzig kleinen Tröpfchen überhaupt ausreichen kann, um jemanden erkranken zu lassen. Da reicht nämlich nicht ein Virus, da brauche ich schon eine gewisse Virenlast, sagt man. Eine Virenlast? Eine Virenlast, ja. Also eine größere Anzahl an Viren. Und jetzt kommen halt immer mehr Daten insgesamt, die zeigen, dass schon dieses Aerosol, also so nennt man diese kleinen Tröpfchen, dass die schon auch eine Bedeutung bei der Übertragung spielen können. Aber draußen, sagst du jetzt, um wieder zurückzukommen zu dem anderen Punkt? Sag nicht ich, da sind Sie eigentlich alle einig, dass der Faktor Aerosol im Freien eher wegfällt, weil sie das so schnell verdünnt auf eine Menge, wo man sagen kann, davon ist echt nicht mehr damit zu rechnen, dass eine Infektionsgefahr davon ausgeht. Aber im geschlossenen Raum, da könnte das Aerosol wirklich für eine größere... Aber man muss natürlich trotzdem sagen, weil die Leute jetzt Gesicht gegenüberstehen und dann auch noch schreien, nie damit der Regierung oder weiß Gott, was die da schreien, ich war ja nicht dort, dann ist natürlich die Tröpfcheninfektion, also die mit den größeren Partikeln natürlich schon auch von enormer Bedeutung. Holm, du hast da was beizutragen, vermutlich, was du aus Amerika aufgeschnappt hast. Gut, also es gibt einige Berichte aus den Vereinigten Staaten, dass möglicherweise es Verbreitungen über solche Protestveranstaltungen gegeben hat von Viren. Die Dokumentation davon, also die Daten dazu sind aber nicht so hundertprozentig schlüssig. Also man hat auf der einen Seite Daten aus dem Aufenthaltsort von Handys, dass Leute, die auf diesen Demonstrationen waren, da teilweise von sehr weit hingefahren sind und danach dann eben auch wieder zurückgefahren sind. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass Leute von einem Teil der USA, in dem das Virus kaum verbreitet ist, irgendwo hinfahren, wo es viel Viren gibt, da andere Leute treffen, die viele Viren mit sich rumtragen und das sozusagen wieder in die Region zurückbringen, aus der sie herkommen. Das ist eine der Ergebnisse, die es davon gibt. Und das andere war, dass man bei Fallverfolgungen, also wenn man Infizierte gefragt hat, wo könnten sie sich denn infiziert haben, in einer Anzahl von Fällen, auch sozusagen jetzt noch, während es in den USA ja auch einen relativ umfassenden Lockdown gibt in den meisten Staaten, festgestellt hat, dass Leute sagen, sie hätten, also die einzig plausible Infektionsmöglichkeit wäre über eine Großveranstaltung gewesen. Und dann weiß man, welche Großveranstaltungen in der Region zu der Zeit stattgefunden haben. Und das waren eben hauptsächlich solche Proteste, weil viele andere Großveranstaltungen gab es einfach gar nicht mehr. Das heißt, die haben sich dann doch in irgendeiner Form... Die Vermutung, dass sich darüber die Infektionen, also tatsächlich über Proteste gegen die Lockdown-Maßnahmen, auch Infektionen ausgebreitet haben, ganz genau im Einzelfall nachvollziehen kann man es aber nicht. Ja, hier schreibt im Chat gerade Yoshi1510, wer kennt es nicht, durchs halbe Land fahren, um gegen Corona zu demonstrieren? Ja. Ich hätte noch eine Frage an Martin insbesondere. Es ist schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit mehr Menschen zusammenkomme, unter denen mit höherer Wahrscheinlichkeit unter Umständen jemand das Virus hat, ich habe auch ein höheres Risiko, mich zu infizieren, Martin. Also man kann es immer noch weiter steigern. Also mit vielen Leuten im geschlossenen Raum gefährlich oder höchst gefährlich, aber mit vielen Leuten unter freiem Himmel eng beieinander immer noch gefährlich und deswegen auch mal diese Zwei-Meter-Geschichte, oder? Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich möchte es nicht so tun, als würde ich da jetzt sagen, im Freien kann man ruhig demonstrieren, eng an eng, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist nur, dass ich mir weniger, sagen wir so, ich würde mir weniger Sorgen machen, im Freien in einer Menschenmenge, die jetzt vielleicht nicht ganz eng aneinander pickt, zu marschieren, als in einem Theatersaal eine Stunde zu sitzen, wo zwei Plätze frei sind zwischen mir. Aber das versteht, das ist jetzt natürlich ein Semi-Bauchgefühl, das sich aus sehr vielen Studien, die ich überflogen habe, zusammensetzt. Das Problem ist halt wirklich, du hast im Moment eine ungeheure Anzahl von Studien, die veröffentlicht werden, viel mehr als irgendein Mensch lesen kann. Die meisten davon, ich weiß nicht, ob die meisten sind, aber ein sehr großer Teil davon wurde nicht peer-reviewed, also gar nicht gut geheißen von der Fachgemeinschaft, weil die Zeit einfach nicht da ist. Das ist ja ein Prozess, der oft Monate dauert und sehr mühsam ist. Das heißt, es ist sehr schwer, jetzt die einzelnen Untersuchungen einzuordnen. Aber ich erinnere mich, ich habe eine gesehen aus China, da haben sie Fallverfolgung gemacht von über 300 Fällen, wo sie die Infektionsereignisse tracken konnten. Und ich glaube, nicht einmal bei einer Handvoll davon fand die Infektion im Freien statt. Also praktisch alle in geschlossenen Räumen. Wobei ich da auch, das war noch nicht peer-reviewed, schwer einschätzen kann, wie aussagekräftig diese Arbeit jetzt zum Beispiel war. Nun, wenn sich das, also auch bei Arbeiten, die nicht peer-reviewed sind, also was bedeutet, dass andere Wissenschaftler da noch nicht vollends draufgeschaut und das für richtig befunden haben. Das ist ja das, worüber wir immer wieder sprechen hier. Alexa, es wirkt so ein bisschen, als wäre das das, wo du jedes Mal... Lass uns das, bitte erklärst doch noch mal einmal kurz, auch für die neu dazugekommenen, was dieses Peer-Review bedeutet. Ich? Nein, die Alex, die darfst du, weil die da immer so, weil die jedes Mal es erklären darf. Ich als nicht forschende Kulturwissenschaftler... Ja, du bist genau die Richtige dafür. ...da für ein Peer-reviewed. Okay, also der Forschungsprozess und gerade in der Medizin läuft halt folgendermaßen ab. Du machst eine Studie, im Idealfall ist die randomisiert, doppelt verblindet und führst dann eben diese Studie durch als Wissenschaftler. Hast dann Ergebnisse dieser Studie und weil ja jeder Wissenschaftler auch nur ein Mensch ist und auch mal Fehler begehen kann und auch gewissen Vorurteilen unterliegt, also Biases hat, gucken andere Wissenschaftler mit Sachverstand aus dem Fachgebiet, aus den Betreffenden da drauf und sagen dann, okay, das können wir so nachvollziehen, das kann veröffentlicht werden. Das sind drei Gutachter in der Regel, die da drauf gucken und dann wirklich unabhängig voneinander sagen und manchmal auch den Autor der Studie oder die Autoren der Studie gar nicht kennen, die dann sagen, okay, das scheint zu passen, das kann in einem Fachjournal veröffentlicht werden und normalerweise ist es so, erst mit dieser Veröffentlichung machst du dann halt auch die Ergebnisse der allgemeinen Fachwelt zugänglich. Was im Moment nicht so ist. Was im Moment nicht so ist, genau. Und dann geht es halt weiter, dann guckt die allgemeine Fachwelt drauf, sagt auch nochmal, oh nee, hier ist mir aber was aufgefallen. Also es kann auch bei einer peer-reviewten Veröffentlichung im Nachhinein noch passieren, dass Fehler auffallen und dann muss das Ding halt trotzdem nochmal überarbeitet werden. Zum Beispiel diese berühmte unsägliche Wakefield-Studie ist in The Lancet veröffentlicht worden. Die Impfgegner, auf die sich die Impfgegner jetzt immer beziehen. Genau, ist peer-reviewed gewesen und war trotzdem komplett gekauft, erstunken und erlogen und falsch. Also auch das kann passieren. Ja, und dann müssen halt andere Wissenschaftler versuchen, experimentell diese Ergebnisse, man sagt, zu reproduzieren, also auch zu diesen Ergebnissen zu kommen. Und wenn das dann passiert, dann kannst du sagen, okay, das ist wirklich vernünftig. Wobei wir bei Wakefield kurz sagen müssen, da hat jemand ja absichtlich falsche Daten auch generiert. Also das war ja so, die war ja schon so geschrieben, dass im Prinzip die Methode richtig war, aber dass halt alles erfunden war. Also die war nicht randomisiert, doppelt verblindet, sondern das war eine Fallstudie einfach von zwölf Optisten. So, und jetzt vielen Dank für die Erklärung. Beim nächsten Mal, wenn du es erklärt hast, habe ich es dann voll erst verstanden. Und übrigens, noch einen Einschub, Alex hat gesagt, die sagen, das ist in Ordnung. Also typischerweise kriegst du als Autor, wenn du was einreichst, auch zahllose Änderungen. Das heißt, also die sagen, ja, das ist alles ganz schön, aber sie haben mir gar nicht erklärt, wie sie auf den Werk gekommen sind und wie war denn die Temperatur in dem Raum und war es sonnig oder schattig oder was auch immer. Und das musst du dann alles nochmal beschreiben und dann kriegen die das nochmal zurück, gucken nochmal drüber und dann entscheiden sie, ob es veröffentlicht werden darf oder nicht. Also es ist nicht nur so, dass kaum eine Studie geht beim ersten Mal durch, sondern es gibt dann immer wieder zahnlose Fragen und Änderungswünsche von die Einpflegen, damit es nochmal begutachtet und erst dann wird es der allgemeinen Öffentlichkeit zugegeben. Du hast gerade zahnlose Fragen gesagt, das fand ich total toll. Von so älteren Wissenschaftlern. Ich verstehe sie leider nicht. Lydia, ich verstehe sie leider nicht. Jetzt haben wir ja da auf der anderen Seite, möchte man ja so sagen, Leute, deren Wahrheiten sich jetzt nicht unbedingt auf Studien beziehen und wenn dann irgendwo ganz woanders her oder vielleicht aus einer Erinnerung, die vielleicht für sie längst real, aber in Wirklichkeit gar nicht wirklich wahr ist. Und du hast ja viel mit solchen Menschen zu tun, was ich sehr bedauere für dich. Ich kann gar nicht... Du liest meine Facebook-Seite. Also ich meine, das ist ja nun wirklich jetzt etwas, wo ich auch selber gar nicht wüsste. Du ballast ja immer dann wieder auch Fakten raus und so weiter und so fort. Und man merkt, die meisten Leute sind da eigentlich relativ beratungsresistent. Jetzt stehen da Leute, die von Peer Review und was weiß ich und sonstigen Studien, die sich da nicht wirklich schwer beeindrucken lassen offensichtlich. Ganz vorne solche Leute wie der seltsame Vegankoch, der Herr Hildmann, der, glaube ich, völlig abgedreht ist und aber eben auch Leute, die du ja schon lange kennst oder wir schon lange kennen, wie Ken Jebsen. Wie erklärst du dir aus deinem Standpunkt dieses, wie soll ich es nennen, dieses Fakten generieren, was die da machen? Dieses, wie mir scheint, aus der Luft gegriffene Gelaber und die Motivation dahinter? Das ist ja eigentlich wie die Superlative eines Confirmation Bias, das, was die machen für die Psychologen hier, also des Bestätigungsfehlers. Die treiben dieses Prinzip aber wirklich auf die Spitze, wo ich mich bei manchen Personen frage, ob die echt in einem Glaubenssystem so tief drinstecken oder ob nicht einige der Protagonisten möglicherweise auch wissen, dass sie nicht ganz ehrlich sind, aber ihre Zwecke halt aus egozentrischen Gründen verfolgen. Den Verdacht habe ich beim einen oder anderen, der das da sehr auf die Spitze trägt. Den habe ich bei Jebsen die ganze Zeit, ohne dass ich es belegen könnte, dass ich mir denke, er muss irgendeine andere Motivation haben als tatsächliche Überzeugung, sondern einfach nur stattfinden zum Beispiel, sich selbst geil finden, auf Bühnen stehen können, in eine Kamera reden, weil inhaltlich, der wirkt gar nicht so dumm. Man hört sich vom Prinzip immer so ein bisschen auch an Prinzipien, die man zum Beispiel von Sektenführern kennt. Auch einige, die sicherlich wissen, dass sie durchaus nicht ganz ehrlich sind, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, aber die Machtgeilheit, die ist dann stärker und ich glaube, in den jetzigen Zeiten sind Menschen, die so ticken, die können das super leicht nutzen. Die brauchen sich nur irgendwo einen YouTube-Kanal hinstellen und die emotionalen Mechanismen nutzen, die halt die entsprechenden Personen nutzen und kriegen in Nullkommanix Aufmerksamkeit. Menschen, die sonst nie Aufmerksamkeit kriegen würden, können jetzt unglaublich leicht welche kriegen, wenn sie einfach Emotionen schüren. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere auch weiß, dass er da die Unwahrheit vertritt. Andere sind aber möglicherweise verblendet und belügen sich auch selbst. Es kann ja auch selbstwertdienlich sein, um seine Machtfantasien auszuleben, sich stark genug einzureden, dass man tatsächlich das Richtige tut. Sicherlich ist es bei vielen auch so eine gewisse Mischung. Und das Problem ist, ich habe auf den Facebook-Diskussionen, bei denen, sage ich zum Beispiel, Leute, wisst ihr eigentlich, wie Wissenschaft funktioniert? Es gibt dann zum Beispiel auch sehr einfache Erklärvideos, die wirklich die Grundlagen versuchen zu vermitteln. Zum Beispiel, wenn die so sagen, die Bundesregierung, die steuert ja die Aussagen des RKI, dann sage ich, Corona ist ein globales Problem. Wie genau soll, bitteschön, die Bundesregierung die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der Welt beeinflussen? Wie geht das? Ja, weil die Merkel hat doch hier so mit dem Obermann noch und dann geht es was am Laufen. Und richtig geil finde ich immer, wenn Leute dann sagen, ja, die Wissenschaftler müssten doch miteinander reden, wo ich so denke, Leute, die Wissenschaftler reden miteinander, die kommunizieren, aber ihr versteht nicht, wie das funktioniert. Das, was Alexa gerade erklärt hat. Das klingt normalerweise auch nicht mit, ne? Ja, eben. Und eigentlich muss man diese Grundlagen vermitteln. Und ich denke, uns wird jetzt verdeutlicht, dass die Grundlagen von Wissenschaft in der Schule so zu vermitteln, dass Menschen es verstehen, hätte vielleicht einiges von dem, was jetzt geschieht, abmildern oder abwenden können. Definitiv. Also das ist echt, wir sollten daraus lernen und das Bildungssystem in der Hinsicht verbessern, damit künftige Generationen nicht diesen Mist durchmachen, wo wir gerade drinstecken. Also informationmäßig. Was uns zu dem Wissenschaftler unter euch bringt, der das Fach bekleidet, von dem ich am allerwenigsten verstehe, nämlich Physik, lieber Holm. Also da wurde leider, also ich weiß, dass es ja nicht unbedingt en vogue ist, dauernd damit zu kokettieren, dass man schlecht in Mathe war. Es ist ja fast schon irgendwie cool, schlecht in Mathe zu sein, was ich scheiße finde, weil ich wollte es wirklich verstehen. Aber es stimmt tatsächlich, dieser Aspekt von Wissenschaft, der ist mir niemals auch nur ansatzweise vermittelt worden, wie das funktioniert, wie man überhaupt auf eine Erkenntnis kommt. Sondern ich bekam halt damals, gut, das ist auch schon länger her, eine Erkenntnis hingelegt, die sollte man bestenfalls, naja, die Formel kennen und sie dann irgendwie heimlich bei der Prüfung abschreiben. Und das war es auch schon. Aber wie ihr Wissenschaftler auf Erkenntnisse kommt, wie das passiert und was das für ein Prozess ist, könntest du dir vorstellen, wenn man das ganz konsequent schon ganz, ganz früh in Lehrpläne irgendwie berücksichtigen würde, dass das irgendeinen Effekt hätte? Oder denkst du, es ist Hopfen und Malz verloren? Ja, also ich denke mal, man kann da schon was machen. Also bei mir war es tatsächlich so, das, was bei mir so hängen geblieben ist an Wissenschaftstheorie, gerade aus den Naturwissenschaften, ist ja, naja, das sind ja alles nur so Modelle und die beschreiben halt irgendwie die Realität. Aber das, was die Physik macht, das ist ja nicht die Realität. Also da ist letztlich so eine komische Relativierung vermittelt worden, die zwar irgendwie formal richtig ist, aber leider die Leute nicht zu dem führt, Wissenschaft irgendwie besser zu verstehen. Also das war so das, was bei mir im Schulunterricht damals ankam. Und da anschließend, was Hector the Rich hier gerade schreibt, vielleicht steckt die Bildung, Forschung und Lehren seit Jahrzehnten in der Krise, weil sich die Politik von ihr entfernt hat. Mein Eindruck ist tatsächlich, aber ganz subjektiv, dass es sogar teilweise so wirkt, dass einzelne Politiker, auch bei uns in Deutschland, eine Art von Stolz entwickeln, sich nicht auf die Wissenschaft zu beziehen. Also bei Laschet hatten wir ja vor kurzem diesen sehr abfälligen Satz. Bei Trump ist es natürlich offensichtlich, der ja sowieso der viel bessere Wissenschaftler ist. Aber es funktioniert ja, ne? Ja, ja, eben. Es funktioniert. Und es ist halt auch dadurch zu erklären, dass wir natürlich auch gerne die Welt verstehen wollen. Und das ist ja sehr kränkend, wenn du dir eingestehen musst, dass du Teile der Welt nicht verstehst. Weil du, im Grunde genommen weißt du ja, wie die Welt funktioniert, weil du lebst da jeden Tag in der Welt und jetzt passieren Ereignisse, die kann ich mir mit meinem Wissen nicht mehr erklären. Aber da gibt es irgend so einen Professor und der erklärt mir das jetzt gerade. Und das ist für mich nicht eingängig, was der mir erklärt, weil ich finde das nicht gut. Confirmation war es auch wieder. Und dann suche ich mir da selber meine Erklärung raus, weil ich möchte ja nicht gekränkt werden, dadurch, dass ich was nicht verstehe, weil ich bin ja ein kluger Mensch. Oder ich höre halt den Leuten zu, die Erklärungen bieten, die so einfach sind, dass ich sie dann doch verstehen kann. Oder suche mir die dann entsprechend. Genau. Und suche mir die dann raus, die das erzählen, was ich ja sowieso schon weiß. Und dann wird es gefährlich. Und was da noch hinzukommt, das könntest du ja auch sehr schön wieder ausführen, ist natürlich, wenn Menschen so gewisse narzisstische Persönlichkeitsanteile haben und dann auch wirklich richtig gekränkt sind, wenn sie was nicht verstehen oder vielleicht merken, ich bin gar nicht so klug, wie ich eigentlich weiß, dass ich es bin. Und dann sagt man halt, ich würde mich das nicht akzeptieren. Ich wollte sagen, es ist ein fließender Übergang bei Persönlichkeitsausprägungen von milden narzisstischen Zügen bis hin zu einer wirklich starken Störung, wo eine Person wirklich gefangen ist in ihren Mustern des Fühlens, Denkens und Handelns und auch dann gar keine Kritik annehmen kann, ist halt ein fließender Übergang. Aber umso narzisstischer jemand ist, umso schwieriger ist es für diese Person einzusehen, dass sie nicht alles weiß und nicht alles kann und besonders, dass sie vielleicht auch mal falsch liegt. Aber auch nicht-narzisstische Personen haben natürlich ein Problem damit einzugestehen, wenn sie einen Fehler machen. Wenn man zum Beispiel was teilt, so ein bisschen naiv, also von irgendeinem dieser Schwurbler und jemand kommentiert drunter hier Mimikama und da wird das widerlegt, dann bist du natürlich zum Beispiel vor den Mitlesern auf deiner Facebook-Seite dann so, oh, du hast was Doofes gepostet, auch wenn du es gar nicht besser wusstest. Genau, ja. Ich habe auch schon irgendwie falsche, weiß ich nicht, Zitate geteilt oder sonst irgendwas und wenn dann einer schreibt, so die Hoaxmistress hat da aber gerade einen Hoax geteilt, das ist total peinlich. Also da musst du auch erstmal dann irgendwie dazu stehen können und sagen, so ich lösche das jetzt auch nicht, sondern ich lasse das jetzt mit dem Kommentar so im Netz stehen und dann sollen doch alle das nachlesen können. Und zu sagen, dass man einen Fehler gemacht hat, ist die eigentliche Stärke, erfordert aber auch sehr viel psychologische Stärke. Und das muss man als Mensch zunächst mal verstehen, dass wenn jemand dir sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann erzeugt das Scham. Scham fühlt sich scheiße an, also haben wir die Tendenz dazu, erstmal zu sagen, nee, habe ich nicht. Aber zu sagen... Immer einmal mehr als Du. Immer einmal mehr als Du funktioniert. Sehr gut übrigens. Und dann aber zu sagen, okay, eigentlich wäre ich vielleicht deswegen jetzt jede Kritik ab, weil es sich schlecht anfühlt, aber die richtige Art damit umzugehen wäre, sich zu regulieren und zu sagen, okay, ich schäme mich jetzt, aber ich sollte vielleicht einfach meinen Fehler eingestehen und das zeugt ja auch von Größe. Man kann also daraus auch was Gutes für sich ziehen, aber dafür müsste man reflektieren, warum man direkt in die emotionale Abwehr geht und deswegen sollte jeder Mensch diesen Mechanismus kennen, weil jeder Mensch hat diesen Mechanismus. Bei Narzissen ist er nur etwas stärker als bei anderen Menschen. Ja, nun stehen aber jetzt da, wie viele waren das in Stuttgart? War jetzt jemand Zahlen? Ich weiß es nicht. Also wirklich verdammt viele laut dem Video, was ich da gesehen habe, stehen da zusammen in Anführungsstrichen, Martin, du sagst 1,50 Meter, 2 Meter auseinander, wäre vielleicht halbwegs aushaltbar, richtig? Ja, ist sicher keine schlechte Grundvoraussetzung. Okay. Haben teilweise Mundschutz an, teilweise unterhalb der Nase. Und geifern jetzt von Bühnen herunter oder auf die sogenannte Lügenpresse herunter. Und jetzt war ich natürlich, ich muss sagen, ich war erstmal jetzt nicht geschockt, aber ich war erstaunt von der Eingangserklärung von Martin, der sagt, naja, sie sind draußen. Es ist jetzt im Verhältnis nicht, vermutlich nicht ganz so schlimm, wie wenn jemand zwei Stunden im Theater sitzt und da auch den Sicherheitsabstand einhält. Macht mir natürlich jetzt im Nachhinein, wo du es erklärst, macht es total Sinn, aber ich habe mich doch jetzt zwei Wochen lang so schön aufgeregt über die. Was mache ich denn jetzt? Naja, ich würde mich darüber aufregen, was sie sagen und was sie fordern. Ah ja, dann mache ich das. Sehr, das ist viel zu eng. Bitte, gern geschehen. Ich finde es ja ganz interessant, vielleicht noch kurz zu was Alexa gesagt hat, dass mit diesen einfachen Antworten, das sehe ich ja schon aber so, dass beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, einfach einfache Antworten von autoritären Figuren nachzuplappern. Bei uns sind es halt die Schwurbler, die quasi diese Autoritäten sind, denen da blind irgendwas nachgeplappert werden wird. Aus deren Sicht sind es halt wir, die blind das nachplappern, was ihnen die Regierung vorsetzt, was ihnen die Virologen vorsetzen und dass dieses Argument eigentlich auf Gegenseitigkeit beruht. Wobei ich natürlich weiß, dass wir recht haben und nicht. Aber dennoch, ich sehe beide Seiten einander vorwerfen, dass man die Antworten einfach frisst, die man vorgelegt bekommt. Und das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn du ein Thema hast, das in Wirklichkeit so komplex ist, dass nicht einmal ich als Molekularbiologe den Überblick habe, den ich gerne hätte, sondern dass du wirklich schon sagen musst, da musst du ein Virologe sein, der an diesem Virus geforscht hat oder Epidemiologe, damit du wirklich sattelfest bist. Weil im Endeffekt ist doch das, was wir alle eigentlich überwiegend machen, ist zu überlegen, wer ist am kompetentesten und dann sagen, okay, das wird dann wohl so stimmen. Der Punkt ist aber, dass wir Mittel haben, mit denen wir begründen, warum wir eben unseren Quellen vertrauen. Und weil wir eben, da sind wir bei der Diskussion von vorhin, die grundlegenden Prinzipien von Wissenschaft verstehen, können wir darauf basierend erklären, warum wir selbst, wenn keiner von uns ein Virologe ist, zumindest die Kompetenz haben, zu erkennen, welche Aussagen mehr Gewicht haben als andere. Und die anderen, die Gegenseite, die sagt im Prinzip Wissenschaftsgläubigkeit, fand ich auch immer interessant. Gläubigkeit heißt ja, es sei wie eine Religion. Es gäbe eine Autorität, die unhinterfragt Dinge aussagt. Aber Wissenschaft ist ja das Gegenteil davon. Sie ist ja die ganze Zeit im Wandel. Sie wird geprüft. Es werden auch Dinge als falsch erwiesen. Aber man muss das Prinzip verstehen, um zu verstehen, dass es eben das Gegenteil von Glauben ist. Das zu vermitteln ist das Kernproblem. Was glaubst du? Im Prinzip sehen wir ja hier Wissenschaft mal in einer Weise an der Arbeit, die man sonst gar nicht sieht. Wir sehen zum einen den Erkenntnisprozess von Wissenschaft. Wir sehen, wie neue Erkenntnisse jetzt kommen und wie erst mal gesagt worden ist, naja, wir wissen eigentlich gar nichts, aber wir nutzen erst mal das Instrumentarium, was man in der Seuchenkontrolle eben hat und machen einfach erst mal alles dicht. Damit ist sozusagen so. Und dann fangen wir mal langsam an auszuprobieren. Was geht denn noch? Was geht nicht? Dann gibt es hier eine Studie, die sagt, naja, die Schmierinfektionen sind es irgendwie gar nicht. Dann kommt da eine Studie, die sagt, oh ja, die Aerosole. Dann kommt eine andere Studie, die sagt, bei uns waren die Aerosole, haben gar keine so große Rolle gespielt. Also dieser Austausch und dieser langsame, widersprüchliche Erkenntnisprozess der Wissenschaft wird transparent, was auch transparent ist, wenn man mal hinhört, wie sowas läuft, ist das Expertentum, dass nämlich auch die allermeisten Aussagen, die momentan auch vom RKI kommen und die wichtig sind, sind ja nicht von Virologen, die sind von Epidemiologen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Bitte. Naja, ein Virologe beschäftigt sich mit dem Virus und seinen Eigenschaften im Normalfall halt im Labor in der Schale, gegebenenfalls noch in einzelnen Patienten. Der Epidemiologe beschäftigt sich damit, wie sich eine Krankheit ausbreitet. Und der Epidemiologe ist im Zweifelsfall derjenige, der mir beantworten kann, kann ich die Kindergärten wieder aufmachen oder nicht, weil der sich anschaut, da wo Kindergärten offen waren, wie viele Leute haben denn Kinder angesteckt und wie viele Leute haben sich von Kindern angesteckt. Und was macht der Molekular? Das kann der Biologe aus dem Laborhaus gar nicht beurteilen. Der kann höchstens sagen, naja, das Kind hat ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Viren im Rachen als ein Erwachsener. Was macht dann der Molekularbiologe? Der ist eigentlich der Allrounder, also der beschäftigt sich generell mit all den Dingen, die so klein sind in den Lebewesen, aber auch Viren, dass wir sie nicht sehen können. Das heißt, für dich ist das alles relevant, also die beiden Richtungen und du weißt von allem, wie ist das jetzt, wenn du sagst, ich weiß von allem, ein bisschen was oder ist es schon so, dass du sagst, ich habe eigentlich einen relativ umfassenden Blick auf sowohl die Ansteckung als auch? Man wird ja doch ein Fachidiot, also ich möchte nicht so tun, als hätte ich jemals mit Corona-Viren gearbeitet. Ich kenne mich einigermaßen aus mit Viren, weil ich selber während meiner Doktorarbeit Viren hergestellt habe, um die für meine Zwecke zu missbrauchen. Gute Sachen, gute Sachen. Ja, die guten Viren. Aber es waren wirklich gute Viren. Was sind denn gut, entschuldige, ich muss es fragen, ich weiß, hat dich zu erzählen. Sag es kurz, bitte. Wir Molekularbiologen, wir lieben ja Viren, wir verwenden die ständig als Werkzeug. Ich wollte menschliche Gene ausschalten und habe dafür eine Sammlung an Viren hergestellt, wo jedes Virus ein anderes menschliches Gen inaktiviert. Und so haben wir eine seltene Erbkrankheit untersucht. Also Viren sind geil. Das hättest du mal am Anfang sagen wollen. Echt? So ein bisschen. Ja, ich muss da ganz kurz, Moment, das ist genau der Moment dafür. Wow. Cool. Das freut mich. Ist das nicht toll? Ja. Das ist ja Hammer. Popschutz, also es ist erstens ein Popschutz, zweitens mal hilft es gegen irrlichternde Molekularbiologen im Raum. Und ja, also vielen Dank an Heike Rehm, die mir die geschickt hat, die ich von diversen Conventions kenne. Und es ist ganz fantastisch, ich habe ein paar von ihr bekommen und habe sie in der Firma verteilt. Man kann sie leider nicht kaufen, weder die Heike noch die Maske. Aber ja, ich freue mich, dass ich sie habe und wollte mich auf diesem Weg tausendmal dafür bedanken. Und jetzt wird es mir gerade ein bisschen warm. Aber man kann sie auch einfach ein Stück Brot in den Mund stecken. Und dann kommt auch schon die nächste Frage. Denn, nein, das muss ich wissen, weil wir gerade bei Maske waren. Helfen die denn jetzt, wenn ich auf so einer Demo bin und ich habe die da an? Ist das jetzt gut oder schlecht oder egal? Oder atme ich meine eigene Scheiße wieder ein und das Aerosol geht sowieso durch? Was denn jetzt? Wer will antworten und bitte antwortet so, dass ich danach besser schlafen kann? Wer kann das? Ja gut, es gibt den schönen Vergleich mit, wenn einer an der Öffentlichkeit plötzlich Wasser lassen muss und pinkelt er jemand anderen an oder nicht. Ja, wenn er selber eine Hose anhat, dann führt das in der Regel dazu, dass er die anderen nicht anpinkelt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also werden wir, nein, wir schützen uns über diese Maske nicht vor einer Infektion von anderem. Insofern gegen den Martin nutzt dir das gar nichts, wenn du dir die Maske aufsetzt. Aber denen um dich herum nutzt es gegebenenfalls was, weil doch relativ viel von dem, zumindest mal von dem groben Tröpfchen, ich würde argumentieren, einfach dadurch, dass der Stoff, der ja Feuchtigkeit absorbiert, relativ nah vor dem Mund ist, wahrscheinlich auch ein nicht ganz unerheblicher Teil des Aerosols in der einen oder anderen Form in diesem Stoff aufgefahren. Das heißt, wenn die Leute, die jetzt da draußen demonstrieren, zwei Meter Abstand von nah haben und alle eine Maske aufhaben und sich im Freien befinden, fällt also meine Erregung nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammen, aber das Kartenhaus hat verliert so die ersten zwei von zehn Stockwerken an Erregungspotenzial. Das schmettert mich nieder, meine ganze Wut fließt gerade durch die Hose, weil die habe ich an. Ja, nee. Lasst uns dann kurz was zu den Masken und der Schädlichkeit von Masken nochmal kurz sagen, weil das ja auch immer wieder aufkommt in den Argumentationen. Ich habe aus meinem Arbeitsfeld, ich arbeite ja viel mit allgemeinen Medizinern oder angehenden allgemeinen Medizinern, was jetzt ja gerade auch stattfindet ist, das habe ich mir auch nicht erträumen lassen, dass die Menschen zum Hausarzt gehen und sagen, ich hätte gerne einen Attest, dass ich keine Maske tragen muss, weil ich finde die doof. Und ich habe gehört, sie können mir so einen Attest ausstellen und dann brauche ich die Maske nicht tragen. Kann man das? Es gibt bestimmte Patientengruppen, die so eine Maske nicht tragen sollen. Das sind Menschen mit massivsten Lungeneinschränkungen, zum Beispiel Menschen, die Lungenkrebs haben, die zum Beispiel nur einen Lungenflügel haben und der arbeitet auch nur noch um ein paar Prozent. Dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, keine Maske zu tragen. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Menschen meist auch keine Menschen mehr sind, die alleine groß in der Öffentlichkeit unterwegs sind, Punkt eins. Punkt zwei, die könnten immer noch ein Gesichtsvisier tragen, also dieses Plexiglas-Ding, weil das dann direkt nicht die Atemwege blockiert. Und der dritte Punkt ist, wenn man denn so einen Attest auch hat, das ist übrigens ganz witzig, so rein rechtlich gesehen im Infektionsschutzgesetz, zumindest in Deutschland ist es so, dass der Busfahrer einen zum Beispiel rausschmeißen kann. Weil dann macht man zwar einen Attest und dann sagt er, ja, aber ich nehme sie dann trotzdem nicht mit, dann müssen sie halt ein Taxi nehmen oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. Also das sind die Risiken dabei. Was sich dahinter ja verbirgt, sind die Gerüchte, dass man Stickstoff einatmen würde, weil man das in der Atemluft hat, dass man so viel CO2 ausatmet, und das wissen wir ja, dass das total schädlich ist, CO2, dass man am Ende hinter dieser Maske erstickt. Ja, das ist ja, hast du noch nicht gelesen? Doch, doch, ich glaube, ist da nicht auch mein lieber Kollege Wiegerls nur zum Teil eine Box aufgesessen, den er dann selber wieder korrigiert hat? Ja, genau. Und was man halt sagen muss ist, wenn das so wäre, würden wir wahrscheinlich tausende von toten Ärzten, Krankenschwestern und Krankenhäusern erstmal haben. Punkt eins, weil die tragen das so oder so sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in diesen Einrichtungen, haben wir ja nicht. Punkt zwei ist, dass wir gar nicht so viel CO2 ausatmen, wie wir meinen, dass wir ausatmen. So ungefähr 10% unserer Atemluft, die wieder rauskommt aus uns, enthält CO2, der Rest ist immer noch Sauerstoff und andere Gase, die so in der Luft sind, weil unsere Lunge gar nicht 100% des Sauerstoffs, den wir einatmen, verarbeiten kann. So sind wir gar nicht ausgelegt. Das heißt, diese angenommene Konzentration von CO2 hinter dieser Maske findet nicht statt und zweitens, dass CO2 kann halt auch durch die Maske rausgehen. Also das ist ja nicht so, dass Sauerstoff reingeht, aber CO2 nicht raus. Also was natürlich ist, ist, dass der Atemwiderstand ein bisschen höher ist durch den Stoff, den man da vor dem Mund hat. Deswegen die Leute mit den verringerten Lungenflügeln. Genau. Ja, das kann zumindest eine Herausforderung sein für manche Leute. Das führt aber einfach dazu, dass die Atemfrequenz dann unter Umständen steigt. Insofern gleicht sich das dann auch wieder aus. Reden wir über diese normalen OP-Masken oder redet sie jetzt... Nein, diese Community-Masken hatte ich jetzt eigentlich eher im Sinn, diese Stoff... Was ist denn sowas hier? Ah ja, ja, genau. Genau. Weil da wird auch oft viel durcheinander gebracht, weil halt, es gibt halt diese FFP2, FFP3-Masken. Die sind wirklich, wirklich anstrengend. Okay. Welche schlägst du denn vor für draußen zum Einkaufen gehen? Für draußen reichen die aus. Ich meine, das Problem ist diese wirklichen Masken, die tatsächlich das Virus rausfiltern. FFP2. Bei dir schlage ich natürlich das Brot vor. Dankeschön. Aus Stylegründen. Ich mache mir da immer so ein Brot vor und dran. Die 2er und 3er filtern halt wirklich das Virus raus. Das schützt dich tatsächlich auch selbst. Aber halte das mal aus, dadurch zu atmen. Sind es die mit diesem kleinen Filter, der aussieht wie aus irgendeinem Computerspiel? Mit diesem runden Ding? Ja. Also die sind anstrengend. Meine Freundin muss das gerade den halben Tag tragen, weil die halt im Krankenhaus arbeitet als Medizinerin. Und immer, wenn sie Patientenkontakt hat, und das ist wirklich, wirklich anstrengend, das möchte man niemanden antworten. Also da würde ich auch verstehen, wenn sich die Leute aufregen, dass sie beim Einkaufen das tragen müssten, was sie aber eh nicht müssen. Aber so denke ich mir, ich meine, einfach so dieser OP-Maskenschutz. Wenn man körperlich und psychisch gesund ist, sich da aufzuregen, dass das für einen Einkauf unerträglich ist, wie kann man so verweichlicht sein? Ich meine, wie kann man das so zelebrieren und sagen, das ist unerträglich, das muss doch, Herrgott, was andere Leute aushalten. Und man sagt, den fetzen da für zehn Minuten, das finde ich gar nicht okay. Sehr schön. Wenigstens können wir uns jetzt wieder ein bisschen aufregen. Und das war, was mir persönlich wichtig war, weil ich bin so energiegeladen in diesen Talk und dann nimmst du da voll die Luft raus. Insofern möchte ich wieder zu dem Thema kommen, wo ich mich jetzt trefflich erregen konnte die letzten Tage. Nämlich, dass diese Demonstrationen nicht nur von Leuten besucht werden, die offensichtlich wirklich ein Anliegen, ein emotionales Anliegen haben, die auch Probleme haben, deren Job dem Bach runtergeht, deren Laden geschlossen wird, die ein Existenzproblem haben tatsächlich. Oder wie dieser jetzt schon viel zitierte Herr in dem ARD-Brennpunkt, der weinend vor der Kamera steht und sagt, er kann seine todkranke Frau seit mehreren Wochen nicht besuchen und er ist deswegen hier. Und im Hintergrund, jetzt im übertragenen Sinne, brüllen dann die Antisemiten von dieser Bühne herunter. Und eine Frage an unsere beiden Verschwörungsfachschafter hier unter mir sitzend. Wie the fuck geht denn das jetzt zusammen? Was machen die denn jetzt da? Ja, also man hat wirklich in den letzten Wochen, Monaten so eine Entwicklung gemerkt, wenn man so die Medien verfolgt und auch die sozialen Medien verfolgt und schaut, wie sich die Bevölkerung verhält. Da war am Anfang, als es alles losging, doch noch wirklich überwiegend ein Verständnis für die Beschränkungen, die wir alle dann auf uns nehmen mussten, vorhanden. Also man hat richtig gemerkt, die Leute waren erst mal in der Mehrzahl schockiert davon, wie krass das Ganze doch wirklich ist. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, okay, dann versuchen wir halt unser Möglichstes, um uns irgendwie gegenseitig zu schützen und Rücksicht zu nehmen. Jetzt mal abgesehen vom Klopapier, da hört der Spaß auf. Und dann war es auch noch so, dass in der Zeit echt so die Wissenschaft so ein leichtes Hoch erlebt hat. Also der Podcast von Herrn Drosten war unheimlich beliebt und alle haben ihn irgendwie gehört und sich darüber Gedanken gemacht. Und ich habe Artikel gelesen aus dieser Frühzeit, die das Ende der Verschwörungsmythen propagiert haben. Jetzt brauchen wir keine Verschwörungsgläubigen mehr, weil die haben jetzt nichts beizutragen zur Problemlösung. Jetzt wird die Welt viel besser. Ich war skeptisch, als ich das gelesen habe. Und tatsächlich war es dann so, ein paar Wochen später waren dann erst mal die Verharmloser dran. Also dann waren Leute wie dieser Bhakti und so auf einmal im Kommen und die alle gesagt haben, ist doch nur eine Grippe. Weil die Leute wahrscheinlich auch wirklich Angst gekriegt haben und gesagt haben, wir halten das nicht mehr länger aus mit diesen Beschränkungen. Und wir brauchen jetzt jemanden, der uns sagt, ist doch gar nicht so schlimm und wir können bald wieder. Und in der ganzen Zeit aber waren die Rechtspopulisten, die AfD, die Verschwörungsgurus noch relativ ruhig. Also du hast richtig gemerkt, die wissen jetzt nicht so genau, die können jetzt im Augenblick nicht so beitragen und versuchen wahrscheinlich im stillen Kämmerlein gerade fieberhaft zu überlegen, wie kriegen wir denn bei den Umfragewerten für die Regierung jetzt noch unsere Merkel-Diktatur unter? Wie können wir uns denn da wieder dran flanschen? Und da haben wir jetzt die Situation, dass die sich eben wirklich unter die Bürger mischen, die vielleicht wirklich Angst haben. Und wirklich wie dieser Mann einfach darunter leiden, dass sie ihre Verwandten und Lieben nicht sehen können. Und die das wirklich schamlos für ihre Zwecke ausnutzen und dann auf diese Demonstrationen gehen und die übelsten Dinge verbreiten bis hin zu, gibt Gates keine Chance und den Judenstern tragen und was für furchtbare Dinge da noch passiert sind. Und das ist halt eine echt übale Entwicklung. Ja und dann, Lydia, es ist ja völlig absurd, dass dann wirklich die hässliche Großmutter mit den drei Teufelshahnen aller Verschwörungstheorien, weil es ist nicht die Mutter aller Verschwörungstheorien, es ist wirklich, es ist irgendein abnormes Ding, nämlich diese QAnon-Geschichte, fröhliche Urständ zu feiern scheint und sich mitten unter diese Leute mischt. Weiß man denn schon was darüber, wie viel Prozent von den Leuten, die jetzt zum Beispiel da in Stuttgart stehen, sind denn jetzt Leute, die an diesen Bullshit glauben? Weiß man das? Genau, das wäre ja ein wichtiger Forschungsgegenstand, wenn man wirklich wüsste, wie sich diese Personengruppen zusammensetzen. Denn ich hatte auch schon auf der Facebook-Seite Menschen, die gesagt haben, ja, ich gehe auch zu diesen Demos so und da sind welche, die sind offensichtlich sehr rechts, damit identifiziere ich mich nicht und dann gibt es welche, die offensichtlich ziemlich merkwürdige Dinge vertreten, das nennt man dann, selbst die, die da waren, haben gesagt, die Aluhutträger und die Rechten, die waren da, aber ich bin der Normale dazwischen. Genau, die Tante Inge, die sagt, ich bin doch kein Nazi und ich glaube doch auch nicht an QAnon, ich stehe aber trotzdem mittendrin. Genau und das ist aber natürlich super gefährlich, weil wenn die sich da solidarisieren und vor allem auch die emotionale Erfahrung machen, ich habe ja die Videos gesehen, das ist ja für die Leute, die dahingehend eine sehr emotionale, verbindende Erfahrung, eine positive emotionale Erfahrung, dann ist natürlich die Gefahr, dass sie dadurch plötzlich Menschen sympathisch finden um sich herum und denen auch eher glauben, als wenn sie diese Menschen in einem anderen Kontext kennengelernt hätten. Also Emotionen sind immer so gefährlich, weil sie dann das Denken auch beeinflussen und wenn der sehr rechte oder der sehr merkwürdige Typ auf einmal super nett neben dir steht und mit dir zusammen das emotionale Erlebnis hat, dann wirst du dem eventuell eher zuhören und das ist das große Problem der Ansteckung von sehr fragwürdigen Thesen in diesem Kontext. Holm, du hast da gerade ein Geräusch dazwischen gehümmlert. Ich würde zunächst mal sagen, wir wissen nicht, wie viele Leute sowas glauben, wir wissen nicht, wie viele Leute von denen, die da sind, jetzt tatsächlich irgendwie rechtsextreme sind, wir wissen aber, dass 100% von den Leuten, die da demonstrieren, offensichtlich kein Problem haben, mit Leuten zu demonstrieren, die irgendwelchen Schwachfug glauben und die rechtsextrem sind. Also das ist ja für meine Begriffe erstmal das Problem und noch nicht mal so sehr, dass die, also klar, die haben mit denen dann auch noch ein emotionales Erlebnis und werden da vielleicht noch näher herangeführt, aber die gehen ja zumindest schon mal erstmal hin und demonstrieren mit denen. Und gehen nicht weg in dem Augenblick, wo es das ist. Zumindest wenn sie da sind, merken sie, dass die da sind. Und dann ist doch die Frage, wofür oder wogegen gehen sie auf die Straße? Also Diktatur, ja wohl nicht, sonst könnten sie ja nicht auf die Straße gehen. Ja, und sonst werden nicht die Geschäfte wieder geöffnet und wir könnten zum Bäcker gehen. Und das Land ist ja nicht in einer Diktatur, sondern es geht hier darum, dass Menschen nicht sterben sollen. Und deswegen haben wir Einschränkungen im Moment. Du kriegst einen Mundschutz vorgeschrieben. Ja, genau. Sklave, genau. Martin, du hast gemodert. Was war's? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sehe, dass man sagen kann, dass alle, die dort sind, kein Problem damit haben, mit den Rechten mitzumarschieren. Ich glaube, da tun wir vielen unrecht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieser alte Mann, der vielleicht einfach nur seine pflegebedürftige Frau sehen will, jetzt sagt mir, macht das nichts, dass da die Nazis um und um marschieren. Ich glaube durchaus, dass das viele stört. So wie wenn ich auf einen linken Protest ginge und irgendwelche Hardcore-Kommunisten herumarschieren könnte, ich meine, ich gehe auf keine linken Proteste, aber nur so als Gedanke, ich gehe auch auf keine rechten Proteste, aber generell. Du gehst also auf linke Proteste? Ich war in meinem Leben noch nie auf einen Protest. Warum gehst du denn auf linke Proteste? Ja, ich habe es verscheiden. Was du sagen wolltest? March for Science? Ich weiß ja, aber da bin ich nur aufgetreten, da bin ich nicht mitgegangen, das zählt nicht. Der feine Herr Mola. Du wolltest was völlig anderes sagen, bevor wir mit unseren dummen Witzen angefangen haben und das war? Ich glaube, jetzt habe ich es vergessen. Ich frage mich schon, über welchen Prozentsatz wir da eigentlich reden. Weil ich meine, es gibt ja Dinge, die kann man kritisieren. Es ist ja nicht alles, ich weiß nicht, ob diese Leute, die jetzt einfach sagen, da gibt es ein paar Maßnahmen, die finde ich blöd. Und ich weiß nicht, ob solche Leute auf einen Protest gehen oder ob die dann eher abgeschreckt werden, weil sie wissen, okay, da sind doch Nazis und Aldo-Hut-Hapschiss etc. Es wäre so schön, wenn man das untersuchen könnte, wenn man da hin könnte und die Leute befragen könnte, aber nachher kriegst du noch einen auf der Mappe. Das will man ja auch nicht. Na gut, aber Moment. Also ich meine, das ist ja schon spannend. Also ich muss sagen, dass ich auch emotional eher so bei Holm bin und sage, wenn die doch wissen, dass da solche Affen sind, dann geht doch nicht hin. Jetzt ist aber schon die Frage, ob, ich meine, dieser Herr ist natürlich für uns jetzt perfekt als Par excellence Beispiel, ob, die Frage ist wirklich, ob dieser Mann, der vielleicht, nehme ich jetzt mal an, jetzt nicht zwangsläufig in Social Media so firm ist, wie wir uns, wie wir denken, dass wir das sind. Ja, und wo er seine Informationen herkriegt, wir wissen es nicht. Ich kann nicht sicher sagen, ob der das überhaupt wusste, dass jetzt dann gleich der Antisemit mit dem Anti-Impfen-Juden-Stern auf der Bühne steht. Das kann schon sein. Oder spätestens, wenn er da ist. Ja, gut, eben. Wenn du das siehst und hörst, dann kannst du ja kaum so tun, als sei es nicht da. Es ist ja sehr offensichtlich und das ist genau der Punkt, weil jeder, der zumindest mal Geschichtsunterricht hatte, im Gegensatz zu den Basics, die man mehr nachjustieren muss in der Schule, was Wissenschaft angeht, hat ja jeder Geschichte gehabt. Und wenn man nach einem ansatzweise bestandenen Geschichtsunterricht sich da hinstellt und Leute sieht, die so tun, als wären sie Juden im KZ, da frage ich mich wirklich, wie man es schafft, sich das zurecht zu rationalisieren. Aber offensichtlich schaffen das einige Menschen, weil sie halt rationalisieren, sehr stark. Ich glaube, wenn sie nur anwesend sind, dann müssen sie sich gar nicht zurecht rationalisieren, dann können sie sich auch einfach denken, ich wünsche, der wäre jetzt nicht da. Ich denke an einen Fridays-for-Future-Protest, wo ich auch nicht mitgegangen bin, sondern einfach schauen wollte, was los ist, weil ich bin interessiert. Also da hättest du jetzt gerne mitgehen dürfen, da hätte ich dich... Ja, ja, nein, ich finde die ja total super und ich... Du gehst also nicht auf uns zu sagen. Aber, geh, widerschauen. Ich finde, ich habe mir gedacht, da waren auch ein paar Leute, wo ich mir gedacht habe, okay, das kommt mir jetzt sehr radikal links vor, mit Schildern, auf denen es sagt, zerschlagt den Kapitalismus und ähnliches. Ja, aber ich sage es ja nicht, ich gehe jetzt nicht für den Klimawandel demonstrieren, sondern ich sage, mein Gott, da reden halt ein paar Leute, die in meinen Augen naiv sind, bestenfalls. Das ist ein super Beispiel, Martin. Ich finde auch, es gibt auch jetzt, ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, es gab ja jetzt da dieses Video zum Thema Dickpics und Co. und Belästigung und Vergewaltigung, was Joko und Klaas lanciert hatten in ihren 15 Minuten, die sie da gewonnen hatten. Und ich habe vielenorts die Kritik gehört, ja, aber, also das sei zwar alles richtig so, aber zum Beispiel, dass LGBTQ und so weiter nicht stattfanden, dass POC nicht stattfanden, dass Terre des Femmes eben wohl von vielen auch als ein Problem gesehen wird. Also, es gab sehr viele Kritikpunkte insgesamt, trotz des fraglos positiven, der fraglos positiven Sache an sich, gab es trotzdem wahnsinnig viele Kritikpunkte und da stellt sich dann schon auch tatsächlich die Frage, so wie jetzt eben auch, ich habe ein Fridays for Future, was eigentlich was Gutes ist, habe aber jetzt da hinten jemand stehen und da und da und da und da, die sind offensichtlich wirklich grob scheiße. Ist jetzt Fridays for Future scheiße? Ist jetzt das Video von Joko und Klaas scheiße, weil das das alles nicht drin hat? Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der auf so eine Anti-Corona-Demo oder wie immer man das jetzt nennen möchte, Hygiene, Spaziergang, bla bla, geht, sagt, ich habe doch ein Anliegen. Ich muss doch mein Anliegen in dieser Gesellschaft formulieren dürfen. Und darum stehe ich jetzt hier. Ich kann doch nichts dafür, wenn diese Wichser da hinten stehen. Mir geht es doch um, was auch immer, die Wahrheit, meine Existenz und so weiter. Und wie soll der das denn sonst machen? Der kann doch nur jetzt sagen, okay, dann gründe ich jetzt, was weiß ich, was würde ich machen? Ich würde sagen, ich gründe eine eigene Demo und verbiete alle Nazis und Schwurbler. Das könnte man zum Beispiel jetzt sagen, dass man sagt, ich mache eine Demo, ich organisiere die selbst, wenn man denn in der Lage ist, was der alte Herr aus dem Brennpunkt jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig wäre, und sagt, dann mache ich meine eigene Demo, aber ich sorge dafür, dass all die nicht kommen. Und das ist etwas, was ich durchaus finde, was eigentlich theoretisch möglich sein sollte, denn es gibt bestimmt vitale und lautstarke Menschen, die demonstrieren, aber keine Nazis dulden. Warum demonstrieren die denn nicht ohne und machen ihre eigene Demo? Warum muss das so ein Konglomerat aus Arschlochhaftigkeit sein? Und warum müssen die sich zwangsläufig scheinbar dort anschließen, um gehört zu werden? Vielleicht hat man auch Angst, die Bewegung selbst zu spalten. Eine große Bewegung, die vielleicht was erreicht, in zwölf Subbewegungen, die einander versuchen zu exkludieren. Wir hatten ein ähnliches Phänomen bei einem Uniprotest vor ein paar Jahren, das ist schon mehrere Jahre her, wurde ein Hörsaal besetzt, lange Zeit, viele Tage, um ursprünglich mehr Geld für die Universität einzufordern. Und was aber passiert ist, ist, dass sehr viele Leute mit sehr unterschiedlichen Anliegen dahergekommen sind. Dann gab es die einen, die haben protestiert für mehr homosexuellen Rechte, die anderen hatten protestiert für mehr Kommunismus an den Unis etc. Und am Ende konnte sich eigentlich niemand so wirklich mehr mit der Bewegung als Ganzes identifizieren, weil es einfach zehn verschiedene Richtungen eigentlich bewirken wollte. Und wenn du jetzt die Situation hast, dass manche dort sind, die sagen, okay, ich will eigentlich meine Angehörigen, Pflegebedürftigen besuchen. Andere, die sagen, ich will meinen Job wieder machen, weil es ist nicht fair, dass andere viel enger aneinander sitzen dürfen in anderen Bereichen und ich darf meinen Job nicht machen. Und dann hast du andere, die sagen, die Juden bauen 5G-Türme, um mit mir geht es, die Weltherrschaft durch Mikrochips zu zwingen. Und dann hast du halt diesen großen Haufen, der für alle eigentlich unattraktiv wäre. Und das dann in zehn separate Protests. Ja, aber die Alternative ist doch, ich stehe mit Holocaust-Leugnern auf einem Platz. Holm, du wolltest was sagen? Sag das Richtige. Ja, letztlich genau das Gleiche. Also ich kann doch nicht sagen, ich will die Bewegung nicht spalten, wenn ich in meiner Bewegung irgendwie solche Leute mit drin habe. Wenn sie der Spaltung bedürfte, um ernst genommen zu werden von vernünftigen Menschen. Ja, eben. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe, sagen wir mal, ähnlich viel Verständnis für Leute, die auf einen Antiglobalisierungsprotest gehen, obwohl sie wissen, dass am Ende dieses Protests irgendwie Steine geworfen werden. Also das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, da ist einfach für eine differenzierte Auseinandersetzung ist auch, glaube ich, eine Demonstration immer nur bedingt geeignet. Damit kann man mal Aufmerksamkeit für ein Thema erwecken, aber dann muss man sich andere Kommunikationskanäle suchen. Ich habe so zwei Dinge, die ich gerade in meinem Herzen bewege. Das eine ist, nochmal zurückzukommen, alles nachvollziehbar. Das, was Lü ja auch gesagt hat, finde ich ganz, ganz wichtig und das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Was wir hier haben, ist unter Umständen eine Einflugschneise in eine Radikalisierung rein. Das heißt, jemand, der harmlos, also mit einer nachvollziehbaren Motivation auf so eine Demo geht, findet unter Umständen dort Menschen, die vielleicht auch zum Teil absichtlich auf Stimmenfang gehen. Und die sagen, komm mal hier auf die Internetseite, komm mal hier in unsere Facebook-Gruppe rein. Und da werden Leute auch abgezogen, unter Umständen radikalisiert. Und das ist ein großes Problem, weil genauso funktioniert ja auch Radikalisierung heute besonders gut. Wenn ich die erstmal in meinen Fängen habe und wie Lydia gerade gesagt hat, Emotionen ganz wichtig, gemeinsam für etwas kämpfen. Dann sagen die, pass mal auf, es gibt noch viel mehr, für das wir eigentlich kämpfen müssen. Komm mal zu uns und wir verraten dir, was eigentlich abgeht. Das ist eine Riesengefahr, die wir haben. Und deswegen ist es auch so schwierig. Wobei alles, was du sagst, Tommy, ist nachvollziehbar. Und das Zweite, was ich kurz anführen muss, weil ich das so unglaublich wichtig finde. Ich habe das auch mit beobachtet mit diesem Jochen Klaas-Geschichte und die Ausdifferenzierung. Es gibt Beobachter, die genau diesen Prozess, den du beschrieben hast, Tommy, also an sich ja eine gute Sache. Aber das habt ihr vergessen, das habt ihr vergessen, das habt ihr vergessen. Und deswegen ist die gesamte Sache nicht mehr gut. Die das in den Vereinigten Staaten seit vielen Jahren beobachtet haben und die gesagt haben, irgendwann waren die Leute so genervt davon, dass sie nichts mehr richtig machen können, dass sie sich für nichts mehr einsetzen können oder ohne gesagt zu bekommen, ja, aber das ist ja Quatsch, weil du hast das alles nicht beachtet, dass das ein Klima schafft, in dem Populisten wie Donald Trump plötzlich Aufwind bekommen, weil die darauf einen Scheiß geben, auf Deutsch gesagt, und sagen, ich sage euch jetzt, wo es lang geht und nicht links und nicht rechts hier nicht mehr, ich sage, wo vorne ist. Und dann sagen Leute immer, die völlig genervt sind, die sich tausendmal aufgerieben haben in solchen Debatten, und das gibt es nicht nur im Netz, das gibt es auch im echten Leben, sagen, dann gehe ich jetzt mal mit dem, weil der sagt mir, wo es lang geht. Ich kann es nachvollziehen, ich habe auf Twitter diverse Leute geblockt, deren Meinung ich eigentlich teile, also deren Stoßrichtung ich teile, aber deren Art ich nicht aushalten kann, weil ich sie für zerstörerisch halte. Und das ist beim Klimathema, das ist beim Gleichberechtigungsthema, in allen Bereichen und jetzt natürlich auch bei der ganzen Corona-Gaudi dann nochmal hoch zehn, denn hier mischt sich jetzt wirklich so ein obergäriger Haufen an diversen berechtigten, unberechtigten, problematischen Rechten, Verschwörern und Kram. Das ist, ich finde das so unbeblickbar und das macht mir tatsächlich wirklich Angst. Und ich bin fast froh, dass mir jetzt wenigstens ein bisschen was davon genommen ist, indem ich jetzt nicht mehr davon zwangsläufig ausgehen muss, wie am Anfang der Diskussion, wie ich reingekommen bin, jetzt stecken sie uns auch noch alle an, sondern aber das andere Ding, was jetzt noch übrig bleibt, nämlich, dass sich hier Leute radikalisieren, dass Leute, die vielleicht harmlos dahingelaufen sind, zumindest einen Einstieg in eine Radikalisierung finden können. Ja, das ist eine ideologische Ansteckung, die da unter Umständen stattfindet und die ist eigentlich viel, viel gravierender als die Gefahren durch das Virus selber. Offensichtlich. Und ein zweites Problem ist, dass die generelle Vorsicht sinken könnte. Das Gefühl, ich kann auf die Straße gehen, ich demonstriere und mir passiert nichts. Das, Martin hat erklärt, warum es eventuell gar nicht so schlimm ist, zu dem Anzeigen, führt dazu, dass sie sagt, siehste, das soll ich nicht machen, das verbietet mir ja, Frau Merkel, da passiert gar nichts. Also kann ich den ganzen anderen Scheiß auch bleiben lassen und mir passiert auch nichts. Und das ist ein zweites große Risiko, dass die Leute sich zu sicher fühlen und dass diese Überzeugung am Ende wieder zu einer höheren Infektion kommt. Wir haben noch ein anderes Problem, auch nochmal zurück zu dir, Martin, was du vorletztes Mal so schön erklärt hast, dass das Gemeine an dem Virus ja ist, dass man hoch ansteckend ist, aber symptomfrei. Vielleicht magst du das für die Gemeinheit nochmal einmal kurz zusammenfassen. Das finde ich super wichtig. Ja, da gibt es ein paar gute Untersuchungen. Also man hat ja, man infiziert sich, dann gibt es eine Latenzzeit. Das bedeutet, die Zeit, bis Symptome einsetzen, die ist so um eine Woche herum häufig. Aber was halt gemein ist, was wirklich das Gemeine ist und der Grund, warum dieses Virus sich nicht einfach einfangen hat lassen, wie das bei anderen vergangenen Coronavirus-Pandemien der Fall war, ist, dass du ansteckend bist, bevor du Symptome bekommst. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die bekommen gar keine Symptome und sind ansteckend. Schreiten sich die noch, wie hoch der Prozentsatz tatsächlich ist. Bei Kindern ist er vermutlich höher. Aber selbst, wenn du extreme Symptome kriegst, etwa die Hälfte aller Infektionen finden statt bei Leuten, die, also blöd ausgedrückt, die Hälfte aller Leute, die sich infizieren, infizieren sich bei Menschen innerhalb der zwei Tage, bevor sie Symptome entwickeln. Bei Leuten, die nicht wissen, dass sie krank sind. Genau. Man nennt die dann präsymptomatisch. Das bedeutet, die werden in zwei Tagen sich hundsmiserabel fühlen, aber heute fühlen sie sich topfit, sind bereits ansteckend und da passiert die Hälfte aller Infektionen. Das heißt, die Leute, die tatsächlich schon krank im Bett liegen, sind gar nicht der entscheidendste Faktor, sondern es sind die, die glauben, sie sind noch gesund. Das ist wirklich perfide. Ist das ungewöhnlich? Also das klingt aus deinem Mund jetzt so, als wäre das für ein Virus nicht alltäglich? Es gibt schon andere Viren, die das auch machen. Aber es ist nicht gesagt, dass Coronaviren das machen müssen. Das kann auch durch bestimmte Mutationen sich verändern. Das hängt davon ab, welchen Teil des Körpers befällt das Virus etc. Also von mir aus müssen sie nicht. Sie können es ruhig bleiben lassen. Aber sie haben sich halt offensichtlich dafür entschlossen und fahren sehr erfolgreich damit, die neuen Coronaviren. Also ein ganz anderes Virus, bei dem das so ist, ist HIV. Also das ist ja ganz gängig und bekannt. Ja, stimmt. Da hast du ja eine ewig lange Inkubationszeit. Ja, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten, die da stehen? Wir können sie nicht als amorphe Masse, Holm, bitte. Ja, ich würde nochmal auf einen Punkt zurückkommen, um auf die Gefahr hin, dich dabei dann gleich wieder ein bisschen zu beunruhigen. Die ganze Situation erinnert mich ein bisschen an 2014. Nein, nicht 1933, erst mal 2014. Wir hatten im Jahr 2014 einen ziemlich systematischen Versuch von Leuten aus der rechten Szene und Leuten, die gerne Verschwörungsdenken verbreiten, unter anderem Ken Jebsen ganz vorne mit dabei schon, über das Thema Chemtrails sozusagen die Friedensbewegten und Umweltbewegten an rechtes Gedankengut heranzuführen. Und da muss man sagen, das hat damals nicht so wirklich gut funktioniert. Also die allermeisten Leute, glaube ich, die jetzt ernsthaft Umweltschützer sind oder ernsthaft sich für Frieden engagieren wollen, haben schon durchblickt, dass das mit den Chemtrails irgendwie ein ziemlicher Blödsinn ist. Ich habe den Eindruck, im Moment funktioniert genau das. Und das ist so ein bisschen das, was mich an diesen Veranstaltungen im Moment gerade so massiv beunruhigt und auch ärgert. Und ein ganz großes Problem finde ich auch, dass viele Menschen denken halt ja, Rechtsradikale sind so und so und Verschwörungsschwurbler sind so und so. Man hat Stereotype im Kopf. Wenn Sie aber dort Leuten begegnen, die ganz nett und normal wirken und sich auf einer Ebene mit ihnen unterhalten, dann werden sie diese nicht als dieses Stereotyp wahrnehmen, vor dem sie sich eigentlich in Acht nehmen. Und deswegen finde ich diesen sozialen Austausch so gefährlich, weil sie werden nicht den Stereotypen begegnen, die sie erwarten, wenn sie an Rechtsradikale oder totale Verschwörungsschwurbler denken. Und das ist das große Problem mit dieser Durchmischung von Personen. Selbst wenn die kleinere Prozentzahl extrem ist, hat die größere Prozentzahl eine nähere Interaktion mit diesen. Und das ist tatsächlich ideologisch potenziell ansteckend. Und das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, wie sich das eigentlich auswirken wird. Das heißt im Endeffekt, um diese Frage aus dem reißerischen Titel zu beantworten, Tante Inge ist ein Nazi. Nein, aber jetzt könnte sie vielleicht einer werden und sie merkt es erst mal nicht mal. Unter Umständen ja. Ja, sie merkt es nicht, die Tante Inge. Also die Leute mit den extremen Ansichten haben ja auch, also wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie viele die an denen sind, die da unten stehen. Aber was man natürlich mitbekommt, ist, dass sie zumindest einen nicht überhörbaren Anteil von denen ausmachen, die oben auf der Bühne stehen. Ja, das auf jeden Fall. Die mit dem Megafon und an den Lautsprechern, das sind die, die dann von allen gehört werden. Ich glaube auch nicht alle von denen, aber zumindest mal ein erheblicher Anteil. Und das Schlimme daran ist ja im Grunde genommen, und das, das macht mich tatsächlich rasend, wenn ich mich auch noch mal einmal aufregen darf. Jederzeit. Es ist hier genau der richtige Moment. Der notwendige Diskurs, den wir führen müssen in einem freiheitlich demokratischen Land, das eine Diktatur mal war, und zwar eine menschenverachtende Diktatur und wahrscheinlich eine der menschenverachtesten überhaupt, die wir hatten. Natürlich müssen wir immer zu jedem Zeitpunkt über Einschränkungen unserer Grundrechte diskutieren. Selbst ich, wo ich gesagt habe, ja, ich bleibe mit dem Arsch zu Hause, habe im Nebensatz gesagt, aber bitte unter Regeln limitiert, mit ganz klaren Aussagen, weil ich habe mein Grundgesetz, was ich sehr gut finde, im Gegensatz zu einem Sänger, der sagt, dass es das Papier nicht wert ist. Alter, das hat einen hohen Wert. Aber ich verzichte jetzt in meiner Verantwortung als Bürger dieses Staates eine Zeit lang auf das, was auf diesem Papier steht, aber nicht für immer. Und ich muss auch immer wieder sagen, wir haben das. Und ihr könnt jetzt nicht glauben, liebe Politiker, dass das für immer geht. Es gab zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der Einschränkungen ja die Gefahr, dass das passiert ist. Das war immer transparent. Es waren immer Zeiten genannt. Es waren Gründe genannt. Und es war für mich zumindest glaubwürdig, allen Politikern anzumerken, zumindest zu Beginn, wie schwer das Ringen war, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich bin kein großartiger Fan von Frau Merkel, aber ich finde, diese Reden, die sie da am Anfang gehalten hat, habe ich gesagt, Hut ab. Das finde ich jetzt gerade mal sehr verantwortungsbewusst, wie sie die Bürgerinnen und Bürger auch anspricht. Und das Schlimme ist, Sie haben ja im Moment auch in der Politik einen ganz großen Druck dahinter. Im Moment will ja jeder der Erste sein, der die Lockerungen verkündet. Genau. Und jetzt haben wir aber diese Demonstrationen, die so tun, als ob das nicht so wäre. Und man wird jetzt ja schon allein unter Umständen, wenn man Pech hat, nur weil man das äußert, dass man darüber mal diskutieren soll, jetzt auch schon wieder in diese Gruppe unter Umständen subsumiert. Du bist also auch einer, der hier mit den Nazis auf die Straße geht. Nein, tatsächlich. Dass wenn man sagt, also über diese Grundrechte kann man diskutieren, das sollte man in einem Staat auch, sollte man auch dürfen, dass dann sofort dieser Rückschluss gezogen wird, dann bist du ja einer von denen. Und das ist definitiv unzulässig. Auf jeden Fall. Nun ist es so, ich zum Beispiel, ich habe für mich beschlossen, ich bleibe einfach zu Hause, so viel es geht. Ich bleibe einfach zu Hause, ich richte mich danach so gut es irgendwie geht. Ich möchte weder Überträger sein, noch möchte ich mich irgendwo anstecken. Ich versuche alles, was irgendwie geht, um das zu vermeiden. Würden wir das alle tun, wäre das ja irgendwie wahnsinnig erfolgreich. Wahrscheinlich und sehr schnell vorbei. Jetzt haben wir auf der anderen Seite. Nein, nein, wäre es nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, der auf unserer Seite immer auftaucht. Es ist davon nicht schneller vorbei. Es ist vorbei, wenn wir einen Impfstoff haben. Ja, okay. Egal, was wir machen, es sterben weniger Leute auf dem Weg. Ja, das wäre ja mal was. Aber Moment, Herr Holm, ist es nicht auch so, dass wenn niemand, niemand ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber wenn ganz, ganz wenig Leute sich anstecken, ist dann das Virus nicht auch irgendwann weg? Es besteht aber immer die Gefahr, dass es wiederkommt. Also es reicht ja letztlich ein unentdeckter Fall. Ja, okay. Es ist das Beispiel, wo die Fallverfolgung, wo wir ganz wenig Fälle hatten, die Fallverfolgung noch funktioniert hat bei dem ersten Ausbruch in München. Aber das hat uns ja nichts genutzt, dass die Fallverfolgung da funktioniert hat, weil wir in der Zwischenzeit jede Menge andere Ausbrüche hatten, ohne es zu merken. Und das würde ja letztlich, könnte ja jederzeit wieder passieren. Okay. Aber wir sind uns einig, dass auch wenn es jetzt nicht schneller davon verschwindet oder überhaupt jemals verschwinden würde, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall im Zweifelsfall sinnvoll, das so zu machen, wie es der Alexander macht oder wie wir es eben machen, dass wir unseren Arsch zu Hause halten, um einfach die R-Zahl weiter unten zu halten und die Krankenhäuser zu entlasten und vielleicht auch mal nicht krank zu werden und vielleicht auch mal dafür zu sorgen, dass unser Nachbar nicht stirbt, was grundsätzlich zu begrüßen ist, kommt auf Nachbarn an. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir jetzt hier einen obergärigen Haufen von Leuten auf der Theresienwiese stehen haben, wo dann auch noch etwas zu beobachten ist, wo ich dann die Tante Inge schon sehr schräg anschauen muss, wenn ich nämlich feststelle, dass da Leute auch aggressiv werden und dass sie auch tätlich werden. Etwas, was ich von Tante Inge so jetzt nicht erwartet hätte und wo ich sagen muss, also spätestens da ist der Moment, da muss ich doch heimgehen, wenn Leute anfangen, Kamerateams zusammenzuschlagen neben mir. Mir fehlen da wirklich, mir fehlen da die Worte. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass man dann nicht spätestens da sagt, okay, das war eine ganz blöde Idee, auf diese Demo zu gehen. Was ist denn das? Deswegen sind die Leute in dem Umfeld, die das mitkriegen, entweder einschreiten oder sagen, ich glaube, wir gehen jetzt besser. Aber das scheint ja nicht zu passieren. Oder sehe ich es nur nicht? Das wollte ich gerade sagen, das weiß ich ja nicht. Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass da schon ein, zwei Leute dann auch gegangen sind. Ja. Nicht einzuschreiten ist so eine Geschichte, wenn da Leute mit Metallstangen losgehen, weiß ich nicht, wie mutig man dann am Ende ist und dazwischen zu gehen. Also auch nachvollziehbar aus eigener Angst da nicht zu agieren. Das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Ich weiß, was du sagen willst, Tommy. Ich bin da auch emotional bei dir, aber wir wissen ja nicht. Wir wissen nicht tatsächlich, nein. Aber oder sagen wir es mal anders. Wenn ich im Fernsehen sehe, dass gestern das Team von der Heute-Show zusammengeschlagen wurde, warum geht danach noch jemand dahin? Zu einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit? Ich verstehe es nicht. Ich glaube halt, weil der alte Opa zum Beispiel nach wie vor seine Frau besuchen will. Also ich glaube, die denken sich wahrscheinlich schon, viele von denen, genauso wie wir, das sind vollkommen Vollidioten, der irgendeinen Journalisten zusammenprügelt. Aber ich will nach wie vor nicht bankrott gehen. Ich will nach wie vor meine Angehörigen pflegen etc. Also ja, es gibt sicher viele Idioten auch. Ich glaube halt, wir haben das Problem, wir können halt alle überhaupt nicht einschätzen, wissen, wie groß ist diese Gruppe wirklich. Weil die Wahrheit ist, wenn da 20 Leute mitgehen, die Radau machen bei einer Demonstration mit von mir aus tausenden Leuten, dann sind das die, von denen du dann die Videos im Internet sehen wirst. Also ich mag das nicht relativieren, aber ich kann es halt überhaupt nicht abschätzen, wie groß das Problem ist. Gehen wir so davon aus, dass man eigentlich bei einer Demonstration das gar nicht wirklich verhindern kann. Das würde nämlich im Umkehrschluss bedeuten, ich muss damit leben, wenn ich für etwas demonstrieren möchte, dass ich immer auch einen Prozentsatz an Arschlöchern habe, mit denen ich unweigerlich mitmarschiere, selbst wenn die am anderen Ende sind und ich es gar nicht mitbekomme. Es sollte zumindest verlangt sein, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, sich davon distanzieren und das verurteilen. Das ist nämlich genau der Punkt. Vielleicht sollten wir gar nicht unbedingt bei Tante Inge ansetzen, sondern eher bei Ken Jebsen und Konsorten und bei den Multiplikatoren ansetzen. Also wir haben ja schon öfter mal bei Huxilla auch gesagt, wenn wir gefragt wurden zu dem Thema, wie geht ihr denn generell so mit Verschwörungsgläubigen um? Und wir versuchen dann immer zu differenzieren und zu sagen, wir gehen anders mit jemandem um, der wirklich aufrichtig Angst vor Chemtrails hat und daran glaubt, als mit jemandem, der sich wie Alex Jones oder Ken Jebsen oder Naidoo hinstellt und diesen ganzen Schmarrn irgendwie ins Netz hinaus bläst und das auch noch tut, weil er irgendwie eine eigene Agenda hat. Also bei Ken Jebsen weiß ich nicht, ob es da wirklich Geld ist oder Geltungsbedürfnis. Bei Alex Jones ist es sicherlich neben einer guten Einstellung auch ganz klar das Geld, was da eine Rolle spielt. Also das sind ja total unterschiedliche Fälle, die du auch anders bewerten musst. Und wir müssen natürlich ein Auge drauf haben, wen Tante Inge da als Quelle heranzieht für ihre Ansichten, die sie neuerdings verbreitet und die uns so komisch vorkommen. Und natürlich müssen wir mit Tante Inge reden, aber wir müssen halt auch Tante Inge sagen, du, der Herr Jebsen, der macht übrigens das und das und fällt auch mal gern durch antijüdische Tendenzen auf. Vorsicht, mit wem du dich da assoziierst. Das heißt, wir könnten uns darauf einigen, wir können nicht wirklich, wenn wir auf eine Demo gehen, wir können natürlich nicht alleine kontrollieren, wer da alles mitläuft, aber man kann sich durchaus vorher informieren, wer denn da auf der Bühne posaunen wird. Das kann man ja im Regelfall. Oder man kann zumindest, wenn man feststellt, da steht jetzt ein Antisemit auf der Bühne, den den Holocaust leugnet oder geleugnet hat, dann für spätestens dann gehe ich. Denn das ist offensichtlich jetzt ein Sprachrohr, der sich als ein Sprachrohr für uns alle hier dort hinstellt und der darf nicht mein Sprachrohr sein. Dann gehe ich. Und das ist auch eine total geschickte Strategie von denen, sich da dran zu flanschen, an solche realen Ängste von Leuten. Das ist perfide, funktioniert aber super gut, gerade jetzt in dieser Zeit. Das ist wirklich hilfreich. Das Beispiel war der G20-Gipfel hier in Hamburg. Wir haben es ja hautnah miterlebt. Und auf den Demonstrationszügen war mitunter dann irgendwann auch die Finanzkrake zu sehen. Und das ist einfach ein ganz... Das antijüdische... Ich muss gerade sagen. Also maximal Antijüdisches und vielleicht aus Unkenntnis hat da auch gar keiner drauf reagiert. Und ich habe das im Fernsehen, ich bin nicht mitgemachiert, sondern im Fernsehen natürlich die Übertragung hier aus Hamburg angeschaut und habe das gesehen und konnte es nicht fassen, dass da wie so ein Karnevalswagen mit dem antijüdischen Symbol durch Hamburg fährt, in einer linken Szene, die es einfach nicht einordnen konnte. Schlimm wäre es, wenn sie es einordnen können. Das weiß man halt nicht. Aber das hat mich fertig gemacht. Das war ein Bild, was ich nicht vergessen werde neben vielen anderen Bildern. Gab es denn da, um da mal ganz kurz zu bleiben, warst du dann so der Einzige? Das ging einmal durch Twitter, so eine Welle durch. Guck mal, die spinnen doch alle. Das war so einmal. Aber das ist dann so im Grundrauschen des G20-Gipfel komplett untergegangen. Und das ist halt brandgefährlich, weil die laufen da mit und verbreiten so einen Schwachsinn. Gut, aber jetzt sind wir wieder bei denen, die mitlaufen, nicht bei denen, die auf der Bühne stehen. Das ist so ein Mittelding, wenn ich so einen Wagen habe. Dann bin ich schon mit Veranstalter. Ja, genau. Was kann man denn, also ich muss gestehen, dass ich, da ich mit Menschenmengen nicht so gut umgehen kann, außer ich stehe auf einer Bühne, nicht weil ich Ken Jebsen sein will, sondern einfach, weil da eine Grenze ist und ich nur dann runterspringe, wenn ich weiß, dass da Leute sind, die mich auffangen, was ich nie tue. Ich kenne mich mit Demos wahnsinnig wenig aus. Ich weiß nicht, wie ist das denn, wenn jemand organisiert das und der organisiert dann auch oder diese Gruppe um diese Person organisiert die Rednerinfo ab und ich kriege doch irgendwo eine Info, wer dann da alles auftreten wird oder zumindest einen gewissen Prozentsatz derer, oder? So ist das doch. Normalerweise würde ich sagen, ich habe bis jetzt auch, also in meinen politisch aktiven Zeiten, Anfang der 90er Jahre, mal eine relativ überschaubare Demonstration organisiert und ansonsten den Frankfurter March for Science ein paar Mal mit organisiert und natürlich als Veranstalter hast du die Kontrolle darüber, wen du auf die Bühne lässt. Du hast natürlich nicht die Kontrolle, welche Parolen irgendwo hinten in deinem Zug möglicherweise geschrien werden. Da habe ich mich beim March for Science auch schon gelegentlich gewundert, aber das ist halt dann so. Also da kannst du tatsächlich nichts mehr machen als Veranstalter und dann kannst du allenfalls, also wenn es halt ganz schlimm wird, wenn es irgendwie verfassungsfeindlich wird oder sowas, kannst du den Leuten sagen, jetzt geht ihr aber nach Hause und dann kann man auch darauf hoffen, dass die das tun oder dass andere aus der Demonstration denen sagen, sie mögen das bitte tun, aber ansonsten bist du da ja schon, aber wen du auf die Bühne lässt, das ist die Sache des Veranstalters und da würde ich im Zweifelsfall als Veranstalter auch sagen, wenn sich da jemand ans Mikrofon stellt, den ich nicht am Mikrofon haben will und der lässt sich von mir da nicht runterbewegen, dann lasse ich ihn von der Polizei runterbewegen. Also das geht auch. Und da ist dann die Frage tatsächlich, wer organisiert dann das Ding auf der Theresienwiese oder in Stuttgart, wo dann solche Leute da stehen und warum wollen die denn nicht, dass der jetzt sofort die Bühne verlässt oder gar nicht erst hochkommt, weil sie ihn eingeladen haben? Wieso laden wir jemanden ein, der so ist? Wieso darf der da sprechen? Warum? Das muss doch, also ich meine... Nein, also ich glaube, die Antwort ist relativ offensichtlich, oder? Also für mich ist es jedenfalls... Ja, aber wenn ich mich doch nicht diskreditieren lassen möchte, oder... Es sind ja die Rechtspopulisten, die solche Aktionen anstoßen und dann springen andere Leute darauf auf. Der besagte Ältere herkriegt mit, da ist eine Demo, der sagt, mir behagten es auch nicht, aber es sind ja nicht die älteren Herren, die zu ihren Verwandten in die Pflegeeinrichtung gehen wollen, sondern es sind die Rechtspopulisten, die diese Dinge anmelden, streuen und hoffen, dass der normale Bürger hinzukommt und da vergiftet wird. Ganz kurz, weil bei Twitch im Chat gerade ein Parallelthema sich auftut, wo jemand sagt, der Ken Jebsen, der ist schon nicht okay, aber er hat nie den Holocaust geleugnet. Hat er doch? Hat das jemand behauptet von uns? Nein. Ich hatte das... Anti-jüdische Tendenzen. Genau, ich hatte das so. Ich habe gesagt, wenn da jemand auf der Bühne steht, der den Holocaust leugnet und Ken Jebsen in einem Fluss, aber ich glaube, er selber hat den Holocaust... Ich weiß es nicht. Dazu ist er wahrscheinlich zugeschrieben. Er ist sehr schlau und man kann immer nur sagen, er äußert sich in der Schnittmenke zu anti-jüdischen Tendenzen, ist aber sehr gepflegt in seiner Wortwahl, weil er nicht dumm ist, so dass man da ihm das per se nicht unterstellen kann, aber das so zertob, in dem er sich bewegt. Also er tritt in Sendungen auf, zum Beispiel auf YouTube, in einer anderen Sendung in diesem Format durchaus Relativierung und Holocaust. Und jemand anders hat gerade geschrieben, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, natürlich so schnell, Ken Jebsen habe gesagt, er weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Wenn er es wirklich gesagt hat, dann hat er ihn nicht geleugnet, aber du bist aber verdammt nah dran, Jebsen, Baby. Ganz schnapp. Das klingt jedenfalls durchaus nach Formulierungen, die in der Szene sehr, sehr gebräuchlich sind. Also die Leute wissen natürlich auch, zumindest mal die etwas intelligenteren wissen natürlich auch, wo die Grenze dessen ist, wo sie sich strafbar machen. Leute wie Ken Jebsen wissen auch, wo die Grenze dessen ist, wo sie einen von uns noch verklagen können, weil er von denen als Antisemit oder als was auch immer mal bezeichnet worden ist. Insofern werden die sind schon relativ vorsichtig, wo sie da... Das ist übrigens der Grund, warum ich zum Beispiel Xavier Naidoo niemals als Antisemiten bezeichnen würde, weil er ja geklagt hat und man darf Xavier Naidoo laut Urteil nicht als Antisemiten bezeichnen. Also das darf man nicht machen. Das ist ganz erstaunlich. Ich meine, Lydia, das ist doch vor dem Hintergrund, was er sagt und was das für eine Art von Verschwörungstheorie ist, ist das doch... Also ich würde es als ein Ruhm bezeichnen. Du meinst jetzt... Ich meine jetzt Naidoo in dem Fall. Ich bin kein Jurist. Das ist ja eine juristische Frage. Das Problem ist, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass nur Juristen Jura beurteilen können. Und echt, also da... Man muss wissen, wo die eigene Kompetenz endet. Das macht ja Kompetenz aus. Und wenn ich eins weiß, ist, dass ich juristische Dinge nie versuche, selbst zu verstehen, sondern stets Juristen meines Vertrauens dazu befrage, wie sie es einschätzen. Dann lass mich die Frage anders formulieren. Sowohl der Howling Matt Hildmann als auch der Naidoo scheinen eine, diese Equanon-Geschichte eben oder Teile davon oder Abwandlungen davon, man weiß es ja gar nicht so genau, wieder zu keuen, in denen sich sehr viel antisemitische Themen wiederfinden, die wir schon seit Jahrhunderten so kennen. Das ist ja wieder diese Mischung von Verschwörungsideen, die gerne mal lustige Gebilde insgesamt bilden und sich aufeinander beziehen. Und das hatten wir ja auch schon in früheren Folgen thematisiert, dass sich gewisse Dinge wiederholen und die Ritualmordlegende, wo Kinder halt aus rituellen Zwecken und auch um zum Beispiel irgendwas aus ihnen herzustellen, geschlachtet würden, das ist ja ein wiederkehrendes Thema und Kuranon ist ja nur die neueste Version dessen. Wenn man mal bei Wikipedia Ritualmordlegende eingibt, kann man da die Historie nachlesen und dementsprechend auch, dass das halt eine sehr antisemitische Grundidee ist, die über sehr, sehr lange Zeit aber in Europa wahnsinnig viel Schaden angerichtet hat. Das heißt, wir halten jetzt oder ich halte jetzt für mich einfach mal fest und ihr widersprecht dann. Wir sagen, wir können nicht wirklich verhindern, wenn wir auf einer Demo sind, da kann die Tante Inge nicht wirklich verhindern, dass am anderen Ende Nazis oder am vorderen Ende jemand mit der Weltverschwörungskrake mitläuft. Was die Tante Inge aber durchaus beurteilen kann, A ist, da oben redet jemand, der Dinge sagt, die ich nicht gut finde und dann könnte sie gehen oder es schon vorher wissen, dass da solche Leute sind, sich also vor einer Demo informieren und sagen, mit diesen Menschen möchte ich mich nicht gemein machen und wir könnten sagen, wer hat denn dieses Ding in Gottes Namen, wenn es einen gäbe, denn organisiert, dass der solche Leute auf die Bühne lässt und da schon einen gewissen Rückschluss ziehen. Ja, bitte, Martin? Selber eine Eisenstange mitbringen und nur die Bösen verkloppen. Ah, now we're talking business, die Bösen. Ja, siehst du. Dich hat um das Weltbild. Danke, dass wir das, ja, schau, es ist eigentlich, es ist ganz einfach, du hast, es ist einfach. Ich hatte in den letzten Tagen öfter mal mit dem Hessischen Rundfunk zu tun und da gab es vor zwei Wochen, glaube ich, noch einen Hessenschau-Bericht über, also das ist so mit drittem Programm, die hessischen Nachrichten, einen Bericht über eine Demonstration in Darmstadt, wo auch mit der Organisatorin gesprochen wurde und wo mir die Journalisten auch gesagt haben, naja, das ist alles, das waren ganz normale Leute, die machten sich Sorgen um ihre Grundrechte und dann sieht man an anderer Stelle Bilder, die auf dieser Demonstration gemacht wurden. Ich weiß nicht, wer auf dieser Demonstration auf der Bühne stand, aber ich weiß halt, dass da jemand saß mit einem Transparent, Anne Frank wäre bei uns, wo mir dann schon die Spucke weg bleibt. Aber das ist doch ein spannendes Ding, wo ich mich auch langsam aufrege, dass immer wieder auch mal auch von Experten in den Medien im Moment so der Satz kommt, naja, Verschwörungsmythen, lasst uns das mal nicht so hochhängen, weil im Grunde genommen ist es ja auch alles gar nicht so schlimm. Das habe ich tatsächlich ein, zwei Mal gelesen, habe mich da sehr drüber geärgert und ich fand, ich habe damals, als es um den Eurovision Song Contest ging und besagten Herrn Nailou, habe ich sehr laut im Netz meine Klappe aufgemacht, habe gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir jemanden, der die Rechtschaffenheit der Bundesrepublik Deutschland leugnet, als Vertreter dieses Landes zu einem Contest schickt, ob der jetzt Sinn macht, dieser Contest, so hingestellt. Das kann ja nicht passieren und wenn wir uns erinnern, was dann passiert ist, dass es eine ganzseitige Anzeige in einer großen Tageszeitung gab von Leuten, die vollkommen undifferenziert, und das unterstelle ich Ihnen bis heute, wenn ich davon einen treffen würde, würde ich Ihnen das auch ins Gesicht sagen, sagen, nee, das ist alles gar nicht so, das ist ein total netter Typ. Da muss man sagen, nein, das ist ein Reichsbürger und das war damals schon ein Reichsbürger und man hat den aber immer gewähren lassen und es hat mir viel zu lange gedauert, bis auch Medien, Sender, bei denen er war, gesagt haben, wir können uns damit nicht mehr identifizieren, jetzt ist auch mal Schluss mit dem, was er sagt. Von den Fanta 4 hat doch einer vor kurzem gesagt, um Gottes Willen, ich habe da damals unterzeichnet, peinlich. Kann ja alles passieren, ich will jetzt auch keinen Vorwurf oder sagen, ach doch, ich finde, das können wir schon machen. Doch, doch, doch. Ich finde aber, wir sind jetzt an einem Punkt und auch in dieser besonderen Situation, in der wir uns gerade befinden, dass wir nicht mehr sagen können, Verschwörungsmythen können wir mal ganz an die Seite legen, das ist gar nicht wichtig, doch das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema und auch die Ereignisse weltweit ja insgesamt, Oteuja, der Amoklauf, dann in Neuseeland der Amokläufer, das sind ja alles Menschen, die sich im Netz in diesen Geflechten von Verschwörungsmythen radikalisiert haben. Man kann in den Einzelfällen mal gucken, was waren das für Persönlichkeiten, warum haben die sich vielleicht besonders gut radikalisieren lassen, das sind Dinge, aber das findet statt und es findet nicht nur in Deutschland statt, sondern es findet weltweit statt und ich finde, wir haben als Gesellschaft langsam die Pflicht, da ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht zu sagen, ich habe das noch nicht erlebt, deswegen ist das nicht so wichtig. Ja, ja, ich bin da generell absolut bei dir oder bei euch, mir geht das nur nicht so richtig zusammen mit der, ich darf ja meine Meinung haben und sie auch laut äußern, denn wie zum Teufel soll man eine Verschwörungstheorie, die ja nichts weiter als eine Meinung oder ein Glaube ist und kein Fakt und kein gar nichts, sondern nur Bullshit, der trotzdem gesagt werden darf. Wie kann ich das einnehmen? Ich könnte höchstens in Social Media sagen, wie das jetzt zum Teil auch schon geschieht, das wird gelöscht von dieser privaten Firma, die Geld mit Social Media verdient, XY, egal wer das jetzt ist, die können es, aber es kann doch nicht von Gesetz wegen gesagt werden, du darfst jetzt keine Verschwörungstheorie mehr verbreiten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und insbesondere dann, wenn natürlich Verschwörungsmythen dazu geeignet sind, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Dann sind sie verbietbar oder was? Ja, oder aber auch, also wir müssen einfach darüber reden, dass das ein reales Problem in unserer Gesellschaft ist. Also das muss mehr nach oben kommen und es muss mehr thematisiert werden, es muss nicht kommen, ich habe das auch, wir alle sind ja im Moment ständig angefragt in den Medien und sollen was zu diesem Thema erzählen. so und ganz häufig kommt dann so ein Nachsatz, ja wir haben lange überlegt, ob wir einen Beitrag machen zum Thema, weil eigentlich, wenn wir darüber reden, dann holen wir das ja auch aufs Tableau und wir haben dann immer gesagt, vielleicht machen wir es doch lieber nicht, weil wenn man nicht drüber redet, dann machen wir dieses Thema ja auch nicht bekannt. Das ist so der Zwiespalt, in dem sich viele Redakteure auch befinden. Ich kann das total nachvollziehen, ich kann es total nachvollziehen, aber ich finde eben, entschuldige, wenn ich da, da muss ich kurz dazwischen gehen, weil mir das Thema eben die ganze Zeit begegnet, in dem Umfeld von wegen, wie es auch jetzt mit der Nazi-Problematik ist, dass man sagt, ja, aber wenn ich doch jetzt da den Leuten insofern eine Bühne gebe, dann erhebe ich sie doch zu einem diskussionswürdigen Thema mit diesem Bullshit. Und das kann ich nachvollziehen, weil es ein False Bias ist, dass ich sage, ich kann doch jetzt nicht ernsthaft mit euch über QAnon reden. Aber das ist, ja, genau. Ich wollte kurz sagen, das Problem ist ja, dass es diese Parallelinformationskanäle gibt, die eben sehr stark sind und dort werden diese Sachen ja extrem stark gefördert. Das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, sie zu ignorieren, weil die ja sich verbreiten. Es ist wirklich, glaube ich, das Einzige, was man tun kann, doch auch Stellung zu beziehen und Fakten dagegen zu tun, aber nicht nur Fakten, sondern auch die Kosten auch zu zeigen, die Folgen, die das hat. Deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll, das habe ich vor einiger Zeit gemacht, einfach mal auch zu posten, wie junge Menschen, die eben potenziell an Corona sterben könnten aufgrund von Vorerkrankungen, wie die sagen, ich würde gerne nicht sterben. Weil man muss den Leuten auch ein Gesicht geben, weil da sind wir wieder bei dem alten Problem, nur Fakten funktionieren nicht gegen Emotionen. Also muss man im Prinzip Fakten mit Emotionen mischen, um gegen diese emotionalisierten Fake News vorzugehen. Aber man muss ihnen widersprechen, weil wenn sie keinen Widerspruch ernten, dann haben sie überhaupt keine Bremse. Es ist also eigentlich schon wichtig, dass in Medien auch das aufgearbeitet wird und auf die Argumentation, aber auch auf die Emotionsmechanismen eingegangen wird, immer wieder darauf zu sagen, was ich immer sage, du kannst nicht auf dem Virus sauer sein, du kannst nicht sauer sein, dass du wegen dieser Situation jetzt Ängste hast und deswegen brauchst du einen personifizierten Sündenbock, wenn du nicht reflektierst, dass du gerade ein emotionales und lebenstechnisches Problem hast. Die Leute müssen erst mal kapieren, dass es Emotionsmechanismen sind, die sie dann auch öffnen für solche Inhalte und der ein oder andere kann das vielleicht reflektieren und man muss wenigstens denen, die das können, die Möglichkeit geben, das zu tun, indem man ihnen sagt, wie es funktioniert. Also um da jetzt ganz kurz Stellung zu beziehen, wie auch jetzt Hektor Britschgard schreibt, wenn man Parteien verbietet, warum schließt man die Kanäle nicht, das begreife ich nicht und so weiter. Ich wäre auch dafür, wenn es eine gesetzlich gangbare, einen gangbaren Weg gäbe, das einzudämmen, muss ich sagen, wäre ich mittlerweile auch dafür. Ich bin mittlerweile auch, was die Masern angeht, voll für eine Impfpflicht, weil ich finde, die Menschen haben es nicht hingekriegt. Wir waren offensichtlich als Kollektiv zu blöd. Dann muss die Politik, die Regierung irgendwann sagen, der Staat, dann müssen wir das halt für euch machen, weil ihr einfach zu blöd seid. Und vielleicht ist das jetzt auch bei den Verschwörungstheorien und bei wirklich gefährlichen Dingen auch mal ein Moment, wo man einfach sagt, es tut mir leid, ich als Staat habe festgestellt, ihr als Volk seid einfach zu blöd. Und darum müssen wir euch oder zumindest die Leute unter euch, die dafür anfällig sind und dann vielleicht andere Leute abknallen, die Leute, die dann vielleicht eben nicht abgeknallt werden, die müssen wir schützen. In einem Staat, der sein Volk für zu blöd hält, will ich nicht leben. Aber Holm, wie siehst du das denn mit der Impfpflicht? Das ist doch das Problem. Wenn genug Leute sich geimpft hätten und nicht zu blöd wären, dann bräuchten wir die nicht. Oder was verstehe ich falsch? Gut, du bist jetzt bei einem ganz komischen Thema, aber ich bin tatsächlich nicht für die Impfpflicht gegen Masern. Weil ich meine, dass wir da durchaus Hebel gehabt hätten. Da geht es ja letztlich darum, die Impfquote von 95, etwas auf 98, etwas zu bringen. Und wir haben so viele Anreize noch gar nicht genutzt. Wenn ich überlege, was Leute für Klimmzüge machen, wenn sie irgendwo 10 Cent Rabatt kriegen, haben wir die Möglichkeit finanzieller Anreize noch lange nicht ausgenommen. So Impfrabattheftchen oder so, dass ich dann irgendwas geschirrwilliger kaufen kann. Das ist jetzt ja heute noch gar nicht hochgekommen. Wir sehen auf diesen Demonstrationen ja immer ein ganz zentrales Thema bei diesen Demonstrationen. Momentan ist ja immer der angebliche Impfzwang gegen SARS-CoV-2. gegen eine Krankheit, gegen dies, wo es noch keinen Impfstoff gibt. Was ja vollkommen absurd ist. Aber dass das für Leute überhaupt ein Thema ist, liegt für meine Begriffe daran, dass wir diese verpflichtende Impfung gegen Masern eben gerade eingeführt haben. Aber Holen, wie würdest du das? Ja, Holen, wie würdest du das? Meines Erachtens leistet das dem durchaus Vorschub. Insofern nicht. Aber ich bin generell einfach kein Freund von Verboten und kein Freund von, wenn man es irgendwie noch anders geregelt kriegt. Ja, eben. Das ist der Nachsatz. Ich aus meiner zugegeben sehr uninformierten Sicht würde sagen, haben wir doch alles probiert, hat nicht funktioniert. Gott, sind die alle blöd, dann müssen wir euch halt zwangsimpfen. Finde ich auch nicht so geil. Aber ich habe da auf meinem Blog auch ordentlich Kontra dafür gekriegt. Gut, dann lese ich das mal und gebe dir danach auch Kontra. Alexa. Alexa, bitte, bitte. Ich platze gleich genau. Tu es, sag es. Also ich war tatsächlich auch mal zwischendurch der Ansicht, wir müssten alles gesetzlich regeln, was wir nur irgendwie regeln können. Und es muss doch Möglichkeiten geben, solche Leute wie Ken Jebsen oder Alex Jones oder wie sie alle heißen oder Xavier Naidoo aus den sozialen Medien irgendwie zu verbannen. Aber das ist echt eine zweischneidige Geschichte, weil du im Grunde genommen und natürlich diejenigen, die das als ihr Weltbild angenommen haben, dass das alles ganz schrecklich ist, wir alle unterdrückt werden, das natürlich erst recht ausnutzen werden, um es eben als Beweis dafür zu nehmen, dass sie schon immer recht hatten. Insofern wird es kaum funktionieren. Und ich finde eigentlich diese freiwilligen Anreize, die Holm vorgeschlagen hat, da zielführender. Aber ich würde mir noch was anderes wahnsinnig wünschen, wenn es einen Prominenten gäbe, der wirklich eine große Reichweite hat und der sich mal ähnlich wie Herr Naidoo, aber nicht ganz so verschwurbelt, hinsetzen würde vor seine Handykamera und mal wirklich tacheles reden würde und seine Reichweite dazu nutzen würde, den Leuten zu verklickern, wie bescheuert eigentlich diese Verschwörungsmythen sind. Das wäre schon wirklich nett. Also ich weiß, dass ganz viele Schauspieler in den USA das machen, einfach weil die Trump-Situation so absolut grauenvoll ist. Das machen die schon, seit der Typ an die Macht gekommen ist, stellen die sich hin, weiß ich nicht, die Marvel-Darsteller, Chris Evans etc., stellen sich wirklich hin und sagen irgendwie, das geht nicht, der verbreitet Schwachsinn und ich nutze jetzt wirklich mal meine Fanbase, meine Reichweite, um dagegen zu halten. Und wenn er seinen Twitch-Kanal dafür benutzen würde. Ja, genau. Bevor du jetzt unseren Tommy, weil Tommy ist ja ein leuchtendes Beispiel. Ja, aber nein, 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 das muss man mal ganz klar einordnen. Die Z-Prominenz, die kommt über diese, was haben wir jetzt hier gerade, also es sind 505 Leute, die ein Abo haben, die theoretisch chatten könnten. Also das sind schon relativ viele dafür, aber das ist nicht das, wovon wir gerade reden. Wir reden von einem... Tommy, du hast aber 13.000, 16.000 Facebook-Abonnenten, die immer wieder lesen, dass du dich für diese Themen engagierst. Die müssen ja nicht die Sendung sehen. Die sehen aber, der Krabbeiß ist gegen Nazis, der Krabbeiß ist für sinnvollen Umgang. Wenn das mehr Leute den Mut hätten oder was auch immer der Grund ist, dass sie es nicht tun, da bin ich bei dir, das wäre ein schönes Gegenfeuerwerk und das wäre viel besser als eine staatliche Regelung, weil wenn dein Idol dir was sagt, das hat eine komplett andere Wirkung, als wenn Frau Merkel dir was sagt. Das ist einfach so. Außer Frau Merkel ist dein Idol. Das kann passieren, das wäre die Personalie. Aber ich glaube, wir brauchen, was ihr sagt, ist ja so mehr oder weniger, wir brauchen den Elvis Presley, der sich irgendwie damals vor die Fernsehkamera gestellt hat und sich hat gegen Polio impfen lassen. Was eine Riesenwirkung hat. Ja, sowas. Okay, kann ich absolut nachvollziehen, fände ich auch toll. Also ich meine, wir haben einen Bernhard Toecker und wir haben auch einen Wiegald, die sich für solche Sachen einsetzen. Es gibt tolle Beispiele. Wir haben auch den Campino. Sido übrigens auch. Sido? Nicht Sido, Quatsch. Smudo. Smudo, vielen Dank. Um Gottes Willen. Kommt sie sich. Ja, und Campino, der je regelmäßig die Fresse voll kriegt dafür, Herbert Grönemeyer, der je regelmäßig angefeindet wird von rechts, die gibt es schon. Die werden natürlich auch jeweils vor allem wahrscheinlich von den Leuten gehört, die eh schon der Meinung sind, aber trotzdem ist es gut. Klar, wenn jetzt eine Helene Fischer, die das glaube ich auch mal gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube auch Helene Fischer hat sich mal zu... Das war aber ein Riesen-Backlash, den sie dann gekriegt haben. Ja, ja, klar. Aber den musst du dann aushalten. Ich meine, ich habe den Vorteil, erstens, ich habe nicht so viele Leute um mich herum. Zweitens, ich will nicht, dass irgendein einziger Nazi-Depp jemals meine Bücher liest. Ich will keinen Cent von diesen Wichsern haben. Das kann sich vielleicht, das meint sich vielleicht nicht jeder leisten zu können. Das mag sein. Aber ja, wenn man das auch akzeptiert oder wenn man einfach sagt, ich gehe das sogar willfährig ein, wie dieser Jodler aus Österreich, wie heißt der gleich nochmal, dieser wandelnde Volkstrauertag, wie heißt denn der? Ach, der Gavailer. Ja, genau, der. Der, der das ja, also der mir scheint, der zelebriert es eigentlich eher. Klar, der wird sich wahrscheinlich eher nicht negativ äußern. Aber ist ganz interessant. Ich hatte nämlich letzte Woche eine Diskussion auf der offiziellen Facebook-Seite, wo eine männliche Person so schrieb, nachdem ich mal wieder, ich hatte irgendwie was über einen Freund von mir, der ein Buch über seine Arbeit in der forensischen Ethnologie schrieb. Da schrieb dieser Mann drunter, ja, so nach dem Motto, endlich poste ich mal wieder nichtpolitische Sachen. Habe ich gesagt, Moment mal, ich poste nicht zufällig Dinge, sondern ich poste Dinge, weil ich dahinter stehe. Dann meinte er nämlich, ja, wenn er mein Fan bleiben soll, dann soll ich aufhören, politische Dinge zu posten. Dann habe ich mir sein Profil angeguckt. Da war alles drin, was man sich so vorstellen kann, AfD und Co. Da habe ich geschrieben, mir persönlich ist ein Rätsel, wie jemand, der solche Dinge vertritt, überhaupt auf die Idee kommt, meine Seite zu liken. Ja, ist das nicht seltsam? Ich habe gesagt, das ist inhaltlich so unvereinbar. Ich meine, ich poste sehr oft Dinge, die mit Wissenschaft und Politik und so Dingen zu tun haben und ich verstehe nicht, wie jemand meine Seite liken kann, der gleichzeitig zum Beispiel die AfD liked. Schaut euch mal Ralf Rute an, der immer mal wieder sagt, wie kommst denn du gerade hier auf meine, wie kann das sein? Das stimmt. Was machst du hier? Ja, mach du mal lieber deine Witz, mach du da mal lieber wieder weiter deine Witzbildchen. Ja, oder bei Wiegald gerade vor kurzem in einem langen Thread, wo es irgendwie um Corona und Co ging, jemand dazwischen geschrieben hat, ja, aber was war denn jetzt eigentlich so dein Lieblingsding bei nicht nachmachen? Das fand ich auch geil. Gut, das war jetzt natürlich nicht destruktiv, sondern es war einfach nur niedlich. Aber ja, dass man generell in Deutschland oftmals das Gefühl hat, dass Prominenten oder solchen, die es mal werden wollen, vorgehalten wird, sie mögen doch bitte bei der Unterhaltung bleiben und einen nicht weiter langweilen mit solchen Themen. Das hatten wir ja auch bei dem Toxic Fandom ganz extrem, dass es hieß, hallo, das ist hier mein Fandom, mein Star Wars, mach mir das nicht kaputt mit deiner Frauenbemächtigungsscheiße. Das ist alles Politik. Auch Reenactment und Mittelaltermärkte sind leider spätestens durch die ganze Nazi-Kacke und die Vereinnahmung der nordischen Mythologie Politik. Das kannst du, das ist nicht trennbar. Und genau so ist es, und dann kommen wir tatsächlich wieder zurück zu unserem Thema, bei diesen Corona-Protesten, die sind gesellschaftlich relevant, die sind hochpolitisch, das sind sie einfach. Und man kann nicht, man kann es nicht voneinander trennen. Aber wir waren schon so weit, dass wir zumindest in meinem Kopf gewisse Regeln irgendwie uns hindengeln konnten. Wir können gehen, wenn wir etwas sehen, was uns nicht gefällt. Wir können, sollten wir spätestens gehen. Wir sollten spätestens dann nicht hingehen, wenn wir merken, wer da auftritt. Das finde ich wirklich wichtig, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, um da mal klar einzuordnen. Und jetzt ist aber noch die andere Frage eben, wo gehen wir denn da hin? Welche Kanäle, und das wäre jetzt wirklich das Letzte, was ich hier noch in die Runde werfen will, welche Kanäle haben wir denn, wenn wir uns legitim, ohne Nazi-Kram und Co. einfach dafür einsetzen möchten, dass ich mein Bütchen wieder aufmachen kann, weil ich sonst pleite gehe. Was für Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich da jetzt nicht hingehen kann, weil da, keine Ahnung, Jebsen und das Pegida-Volk regiert? Was kann ich denn sonst tun, wenn das nicht? Also ich sage mal, die Möglichkeiten, sich politisch zu äußern, sind ja eigentlich eher mehr geworden über die letzten Jahre. Also die Zeit, wo man sozusagen als einzige Möglichkeit zwischen den Wahlen hatte, mal einen Leserbrief zu schreiben oder in eine Partei einzutreten, sind ja schon irgendwie vorbei. Wobei ich den Leserbrief nicht unterschätzen würde, weil der, also es gibt tatsächlich Leute, die das bis heute lesen. Ja und den Parteieintritt nicht unterschätzen. Nein, nein, das ist schon relevant. Den Parteieintritt auch nicht unterschätzen, aber ich sage mal, das ist ja jetzt sozusagen, das ist ja doch eher eine langfristigere Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, okay, ob ich jetzt in dieser oder jener Partei bin, würde ich jetzt nicht von diesem einen Ereignis jetzt gerade abhängig machen wollen. Also da kann man vielleicht sagen, jetzt langt es mir, jetzt trete ich aus, aber das, was mich an eine Partei bindet und ich war 24,5 Jahre lang in einer Partei, das ist ja doch was viel, viel langfristigeres. Insofern, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Nummer eigentlich. Also was kann ich machen? Wir haben die ganzen Möglichkeiten, sich ja beispielsweise auf Social Media auszutauschen und sich da zu äußern. Ich kann, jeder hat die Möglichkeit, sich als Blogger oder in YouTube-Videos oder sowas zu äußern und da kann man das ja auch dann auch durchaus differenziert tun, wenn man das will. Ja, man wird halt nicht gefunden und keiner wird es jemals sehen, aber man kann. Naja, man kann ja auch, man kann ja auch, dass ich Unterschriftelisten machen und man kann ja den Politikern auch diese Meinung mitteilen, das wird ja oft vergessen, dass man ja durchaus auch für seinen Wahlbezirk jemanden irgendwo sitzen hat, der Politik macht und auch diesen Menschen kann man anschreiben. Wenn wir mehrere Mütgen-Besitzer sind, die kennen sich ja dann auch in der Straße, dann können die sich auch zusammentun und das so machen. Ich kann meinen Wahlkreisabgeordneten, ich kann das Wahlkreis, das heißt das Büro des Abgeordneten anrufen und sagen, hier im Zweifelsfall werden die Mitarbeiter des Abgeordneten irgendwann genervt sein, aber wenn die das gleiche Thema 25 Mal zu hören bekommen, dann, und da kann man natürlich dann auch sagen, ja gut, das ist halt eine Wertefrage, möglicherweise muss ich dann, muss man sich dann halt outen und sagen, ja Entschuldigung, mir ist es im Zweifelsfall, es sollte uns tausend Tote wert sein, die Geschäfte wieder aufzumachen, weil sonst so und so viel Pleite gehen. Also da muss man natürlich ehrlich sein, da muss man sagen, okay, ich habe andere Werte als ihr und dann muss man zu diesen Werten auch stehen. Das ist so ein bisschen, was man mit dem Verschwörungsdenken ja auch tut, ist man entkommt so ein bisschen aus der Wertediskussion. Also wenn man sagt, die Toten gibt es ja gar nicht, dann muss ich mich ja nicht dafür rechtfertigen, dass ich sagen, ich will trotz der Toten meine Kneipe wieder aufmachen. Ganz wichtiger Punkt, wir haben Leute, die demonstrieren durchaus für ihr Problem, sage ich jetzt mal, dass man nicht faltig sein kann von der Pleite über die viel zitierte Frau, die ich wieder sehen will und so weiter und so fort. Aber wir rechnen, eigentlich muss man ehrlich sein, wieder eine Frage an Martin und das mit, so wie Holm es ja gesagt hat, mit Toten aufrechnen. Kann man das so sagen oder ist das zu hart? Das habe ich letztes Mal gesagt und das möchte ich eigentlich korrigieren. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, gesagt, eigentlich implizit schwingt immer diese unbeantwortbare Frage mit, wie viel verlorene Arbeitsplätze ein gerettetes Menschenleben rechtfertigt. Und das ist so eigentlich gar nicht so korrekt beziehungsweise es stellt es auf eine Art und Weise dar, die eigentlich falsch ist, weil es tut so, als gäbe es da auf der einen Seite, gut, wir machen alles auf und akzeptieren die Toten, dafür geht es der Wirtschaft gut und man kann alles machen. Und auf der anderen Seite, gut, wir machen alles dicht und dafür sind wir gesundheitlich sicher. Aber das ist eigentlich überhaupt keine Dichotomie und da kam vor ein paar Tagen tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit heraus. Ich weiß nicht, wie populär die bei euch geworden ist von diesem Helmholtz-Zentrum da in Norddeutschland. Und die haben einfach geschaut. Dann mit dem IFO-Institut. Gut, genau. Es gibt ja diesen R-Wert, diese effektive Reproduktionszahl, die im Prinzip sagt, wie viel steckt jeder Kranke an. Und die Idee wäre immer, gesundheitlich sicher sind wir, wenn wir die möglichst niedrig halten. Dann wird halt immer weniger Infizierte. Und wenn es über 1 ist, kommt es zu einem exponentiellen Wachstum und es sterben viele Leute. Und jetzt muss man aber finden, die Balance zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Und das ist echt das Schwierige, weil ich halt die einzelnen Faktoren nicht gut kenne und viele Annahmen treffen muss. Aber da haben sie jetzt eben diese eine Untersuchung gemacht, die auf vielen Modellrechnungen basiert, wo sie wirklich mal aus zwei Disziplinen die Daten hergenommen haben, was eigentlich viel zu selten passiert, nämlich aus Wirtschaft und Gesundheit und geschaut haben, welcher Reproduktionswert, welcher R-Wert ist denn eigentlich der, der den besten Kompromiss zwischen Gesundheit und Wirtschaft darstellt. Aber nicht nur Kompromiss, sondern man muss bedenken, wir können nicht einfach sagen, wir lassen diesen R-Wert unendlich zu groß werden. Unendlich wird er nicht. Drei maximal vielleicht, ja. Aber wir lassen ihn besonders groß werden, weil die Tatsache ist halt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir es nicht einfach akzeptieren würden, wenn plötzlich die Spitäler total über ihre Kapazitäten kommen, die Leute nicht behandelt werden können, auch Leute mit anderen Erkrankungen nicht behandelt werden. Das heißt, mit absoluter Sicherheit würden die Maßnahmen wieder strenger werden, wenn dieser R-Wert zu groß wird. Und jetzt muss man sich fragen, was wäre auch aus wirtschaftlicher Sicht der beste R-Wert? Und die kommen eigentlich zu dem Schluss, dass eine effektive Reproduktionszahl von R gleich 0,75 der Wert ist, wo man sagen muss, da geht es der Wirtschaft am besten, weil man nicht immer wieder dann spontan alles total runterfahren muss und gleichzeitig die Anzahl der Toten auf einem erträglichen Niveau wäre nämlich deutlich unter 10.000. Das heißt, es ist im Sinne der Wirtschaft, die Maßnahmen sehr streng zu halten und im Sinne der Gesundheit. Und man muss sagen, der R-Wert ist jetzt in Österreich leider auch schon wieder über 1. Und das ist aber nicht nur für die Gesundheit schlecht, auf lange Sicht jetzt, sondern wenn man diesen Berechnungen der Legitimität gibt, sondern sogar auch langfristig dann für die Wirtschaft. Weil sonst musst du es sehr klein machen und dann quasi wieder von einem sehr niedrigen wirtschaftlichen Niveau aufbauen, was sehr viel Zeit dauert. Und da muss man sagen, wie genau jetzt diese Zahlen sind, das ist natürlich, kann man sich jetzt schreiten, aber was man schon sagen muss, es zeigt, dass es nicht ein entweder das oder das ist, sondern dass es einen Wert geben muss, wo man sagt, da profitieren beide sehr. Aber das ist jetzt etwas, da müsste jetzt, also ich gehe davon aus, dass das passiert, die Wissenschaft kommuniziert jetzt an die Politik, die Regierung schaut sich das an und könnte dann entsprechend Maßnahmen beschließen, wenn wir denn eine Art von Regierung hätten, wo so etwas von oben auf die einzelnen Bundesländer oktuiert wird, was ja nicht so wirklich ist, weil das föderale System sehr stark ist in Deutschland und das nicht ohne Grund. Das heißt, man hat nun diese Erkenntnis, wir gehen mal davon aus, dass die einzelnen Ministerpräsidenten da entsprechend sich das angucken und dann mit das in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen, aber es ist ja illusorisch zu sagen, dass die Merkel jetzt sagt, das hat 0,75, dann machen wir das jetzt so und dann wird das so gemacht. Aber es will ja auch kein Ministerpräsident irgendwie, dass in seinem Bundesland jetzt die Infektionsketten wieder total aus dem Ruder laufen und man dann da auf einmal wieder alles dicht machen muss. Natürlich nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man die Möglichkeit jetzt auch geschaffen hat, ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, okay, wir verschärfen die Maßnahmen an den Orten, wo wir eben größere Ausbrüche haben. Das muss dann halt auch passieren. Aber auch da, dass man zum Beispiel in Thüringen gesagt hat, naja, wir haben diese Ausbrüche halt jetzt die vielen Fälle durch Ausbrüche in einzelnen Pflegeheimen. Wir machen jetzt nicht die Geschäfte zu, sondern wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir verhindern, dass es solche Ausbrüche in Pflegeheimen gibt oder dass man in Nordrhein-Westfalen jetzt sagt, okay, offensichtlich gibt es ein Problem in fleischverarbeitenden Betrieben durch die vielen Leiharbeiter da. Wir schauen uns mal an, wie die untergebracht sind. Also ich denke schon, dadurch, dass man die Entscheidung auch sozusagen nah an den Ort ranbringt, wo was entscheidend ist. Es ist sinnvoll, dass es föderal steuerbar ist, weil wir dann gucken können, weil wir in Bayern zum Beispiel haben ja ein deutlich größeres Corona-Problem als vergleichbare andere. Und auch schon sehr viel schneller jetzt in Traunstein und so ja richtig ordentlich da draufgehauen. Malte hat netterweise hier geschrieben, diese Studie heißt wohl, das gemeinsame Interesse von Gesundheit und Wirtschaft, Doppelpunkt, eine Szenarienrechnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ich nehme an, das ist das. Und das finde ich tatsächlich spannend. Weißt du, ob die Open Access ist, Martin? Die Studie, ist die Open? Kann ich mich nicht erinnern, weil ich einen Zugang habe, der sich automatisch einstellt. Wir gucken mal für den Podcast, ob wir das als Quelle verlegen, wenn sie öffentlich zu bringen ist. Aber generell, wenn sowas von so offiziellen Instituten kommt und gerade mit Corona wird jetzt viel auf Open Access, also mich würde es extrem verwundern, wenn sie nicht Open Access wäre. Dann packen wir das mal unter die Podcast-Folge zumindest, dann können die Leute sich das selber durchlesen, gerne auch. Also, ich glaube, ein paar Sachen konnten wir tatsächlich erörtern und dieses wieder mal eins der Male, wo ich besonders viel gelernt habe und ihr eigentlich im Wesentlichen nur mir gesagt habt, was ihr alles wisst. Aber allein das, allein das ist für mich immer schon sehr, sehr hellen. Ich gehe immer ein bisschen schlauer, aber vor allem auch, wie soll ich sagen, nicht desillusioniert, das klingt zu negativ, aber mit einem klareren Blick, sagen wir es mal so, mit einem differenzierteren Blick aus diesen Gesprächen. Ich hoffe, dass das auch den Leuten da draußen ein Stück weit so gegangen ist und entschuldigt, wenn ich die Gelegenheit jetzt kurz für Shameless Self-Promotion hier machen muss und ihr jetzt da einfach dumm da sitzt und zuhört. Aber es geht nicht anders, weil noch sind die ganzen Leute da. Wir können das, was wir jetzt hier machen, tatsächlich nur dann langfristig lange weitermachen, wenn wir weiterhin ein oder zweitausend Abos dazu bekommen und es sei darauf hingewiesen, dass die Leute, die einen Amazon Prime Account haben, die können diesen Kanal abonnieren, indem sie Twitch und Amazon verknüpfen. Das kostet sie nichts, aber die Leute, also insbesondere meine Kollegen in Irland, profitieren da sehr davon, die die ganze Organisation für dieses Ding hier machen und auch vormittags jeden Tag hier aktiv sind. Also wenn ihr uns abonnieren wollen würdet, würdet ihr kein schlechtes Werk tun. Wie immer findet ihr das, was wir jetzt hier besprochen haben, in Audioform bei Haugzilla nach einer Woche etwa. Alexander, machen wir das immer, ne? Genau. Genau und auch ansonsten kann ich nur darum bitten, dass ihr dieses Ding teilt. Ihr seht ja nachher, dass es als VOD dann da ist. Das heißt, man kann das Video nachträglich teilen und einen kleinen Hinweis, da am Anfang immer eine halbe Stunde der Seelenfänger läuft mit der lustigen Musik. Ihr könnt, wenn ihr das teilt, auch ein Hinweis an die Kollegen hier jetzt in meinem, an meinen lieben Gäste und Gästinnen, wenn ihr das teilt, macht Teilen ab der bestimmten Counterposition, weil ganz viele Leute klicken auf den Link und sehen dann erst mal den Krabbeiß mit immer denselben Songs und sagen, ich hab da nur Musik gesehen. Ihr könnt aber Teilen ab Cursor-Positionen machen und das ist deutlich angenehmer. So, das war's mit der Self-Promotion. Vielen, vielen Dank. Wirklich tief empfundenes Danke an meine Gäste und Gästinnen. Und ich fand's wieder mal sowas von großartig und ich wünsche mir, dass wir das noch ganz oft in dieser und ähnlicher Runde machen. Dankeschön. Meishi. Danke dir, Tommi. Danke. Danke. Sehr gerne. Wir sehen uns gleich noch und verabschieden uns anständig mit Maske auf, aber dem Chat zeige ich schon mal. Oh, und hier kommen gerade. Wir haben, es wird euch nichts sagen, aber wir haben ein Level-2-Hype-Train auf 78%. Ich meine, bitte. Vielen Dank. Stream aus. Tschüss. Ciao.